Ich weiß nicht, was ich in meiner Community getan habe, aber ihr zwingt mich schon seit Wochen in den Kommentaren, den DLC zu Five Nights at Freddy's zu spielen. Und wie das halt so ist, man muss sich irgendwann dem gesellschaftlichen Druck hingeben. Also, willkommen zu Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Ein Free DLC immerhin, nachdem das Hauptspiel eine riesen Kacke war. Vor allem technisch. Tatsächlich soll dieser DLC besser sein, aber ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, ich habe Ekel. Ich möchte mich eigentlich nur hinlegen. Aber ich spüre die Messer hier hinten von euch. Also muss ich da jetzt durch. Aber bitte, helft mir. Helft mir, diesen Scheiß zu überleben. Let's go. Natürlich sollte man das Hauptspiel vorher durchgespielt haben. Das haben wir getan auf Twitch. Also es gab einen, ich glaube, zweieinhalbstündigen Stream hier auf YouTube. Ich habe das Game auf Twitch durchgespielt. Es war ein Graus. Mehr kann ich da nicht hinzufügen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Ending wir hatten, weil ich glaube, wir haben uns auch mehrere angeschaut. Aber es baut auf ein Ending auf, das Ganze hier. Und ja, wir müssen Gregory im Pizzaplex finden. Mittlerweile ist diese Einrichtung aber eine komplette Ruine, deswegen auch der Name. Dann finden wir ihn mal, wa? Wir spielen Cassie, soweit ich weiß. Ein Girl. Aber ich glaube nicht, dass man die näher kennt. Genau hier. Gregory ist im Pizzaplex gefangen. Nur du kannst ihn retten. Nur ihr könnt ihn retten. So sieht's aus. Scooty, danke für 72 Monate, du King. Kann dir bei dem DLC leider nicht helfen. Oh nein. Ich hoffe, es finden sich aber genug andere Leute. Litendo TV. Ah, safe eine Falle, oder? Ja, safe eine Falle. Wahrscheinlich ist da jetzt ein Zombie oder sowas. Oh mein Gott. Bro, soll das so hell aussehen? Oder habe ich irgendwelche Einstellungen verkackt? Sieht ja richtig scheiße aus. Hä? Nein, das kann nicht sein, oder? Hier stimmt irgendwas nicht. Was ist das denn? Oder habe ich aus Versehen auf HDR? Hä? Soll das wirklich so aussehen? Chat? Also ich spiele auf PS5. Nicht auf PC. Letendo, danke dir für zwei Münzen. Liebe dich, Zitoral. Same. Nein, soll sie nicht aussehen. Ja, GG, Bro. Ähm. WTF? Ist die Frage, ob ich schuld bin, oder ob das Spiel wieder einen Bug hat. Aber Helligkeit ist ja eigentlich gar nicht so krass eingestellt, ne? Liegt es an dem Gamma? Oh ja, ich glaube, es liegt an dem Gamma. Wir haben in dem Stream irgendwann mal das hochgeknallt, weil man überhaupt gar nichts erkennen konnte. Da war das notwendig. Oha. Plötzlich ganz anderer Look. Warte, gibt es da irgendwo einen Button? Äh, hier normale Einstellungen zurückstellen? Ja, tatsächlich. Okay. So, jetzt soll das passen. Ja, sorry, cringe, aber daran konnte ich mich nun wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe das Spiel sogar gelöscht, habe ich gesehen. War richtig witzig. Ich habe es die ganze Zeit gesucht in meiner PS5-Library. Einfach nicht gefunden, sondern irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe es mal in die Suche von dem Store ein. Und dann stand halt da, yo, in ihrer Bibliothek, aber sie müssen es mal herunterladen. Habe ich das echt aus Rage gelöscht? Oh mein Gott, ich weiß gar nichts mehr, ne? Aber die Atmosphäre ist schon mal ganz okay, sage ich mal so. Ich hoffe, dass wir den Mond nicht wiedersehen, weil der Mond war so das Allerschlimmste. Was ist das hier? Ah, eine Taschenlampe. Ja, nice. Freust du dich auf Little Nightmares 3? Ja, das wird endlos geil. Ich war so mega überrascht, dass da jetzt wirklich ein neuer Teil kommt. Ich glaube, das ist aber nicht von dem Original Creator. Ja, du hast es gelöscht wegen Salz. Ja, ja. Der originale Creator war, glaube ich, fertig mit der Reihe, aber Supermassive Games hat es jetzt übernommen für Bandai Namco. Und die machen einen dritten Teil. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Jo, wie klar war es eigentlich, dass ich schon in den ersten fünf Metern nicht weiter weiß? Boah, was ist das? Sieht so richtig scary aus. Also ich sag mal so, sollten sie diesen DLC jetzt mehr auf Gruselatmosphäre und weniger auf Bugs und ultra cringy Jumpscares und unfaire Verfolgungsjagden aufbauen, dann könnte das hier halt tatsächlich was werden, wo ich sage, yo, das war gut. Aber es ist FNAF. Neue Frisur steht hier. Ja, ich war heute tatsächlich beim Barber. Ich wollte schon vor der Gamescom, habe es dann aber nicht mehr geschafft. Und ich habe dann erst dort realisiert, wie fucking ugly ich aussehe. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaffe ich es halt nicht mehr in Köln, weil ich muss auf die Messe, aber ich mache es dann daheim. Bisschen, bisschen kurz so die Seite, aber geht. Da geht es schon los, Alter. Ich hoffe, der Sound passt. Taschenlampe ist unendlich. Oh, okay, das ist gut. Weil ich habe nur gesehen, Toggle, kann ja sein, dass man da irgendwo sparen muss, aber... Yo! Fuck. Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Watch your step. Ja, die, äh... Die Info kommt ein bisschen zu spät, Bro. Ich wollte gerade bei mir leiser machen und dann kam der Jumpscare. Richtig schlecht, Mann. Scheiße. Oh nein, ich höre die Spieluhr. Das ist wie ein gutes Zeichen. Was war das? Was? Gregory ist in der Nähe. Ja, aber das ist ja doch nicht in echt, oder? Das ist doch ein Faker. Das ist ja niemals in echt. Ich glaube, der ganzen Sache... Oh! Nein. Ich bin nicht in echt. Ich bin trappet. Gregory? Ich habe deine Message. Wo bist du? Hilfe! Something grabt mich! Du kannst mich nicht gehen. Du musst mich finden. Ich bin trappet in der Schraubung. Ich bin trappet in der Rennstelle. Unter Roxy Racers? Das ist all die Weg auf der anderen Seite. Nein. Wie hieß nochmal dieser komische rosa Vogel, der irgendwie immer wieder gekommen ist? Neben dem Mond war das echt der nervigste Gegner. Okay, also wir müssen auf die komplett andere Seite. Da kann ja nichts passieren, oder? Fuck. Kann ich da raufklettern? Okay. Alter! Du kannst hier aber auch keine Sekunde in den Chat schauen, ne? Chica. Ja, stimmt. Wie konnte ich den Namen vergessen? Chica. Der Mond und Chica sind die schlimmsten. Bobs Offs. Danke dir auch für die Doni. Als ob du das spielst. Einfach der Beste. Ja, ich musste ja. Also ihr habt mich doch... Genervt würde ich nicht sagen, aber... Mehrfach gebeten. Be careful. Ja, ich versuch's. Oh, diese Schächte waren ja auch der größte Abfuck in dem Game. Gleich die Wand ansehen. Naja, Chat ist verzögert. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schon dran vorbei bin. Meinst du das B-Be careful, oder? Kommt gleich irgendwie noch eine andere Kacke. Das wird nicht besser. Ja, ich glaube schon, dass der DLC ein bisschen besser wird. Sie haben sich ja jetzt auch echt Zeit gelassen haben. Das war jetzt, glaube ich, schon der fünfte Jumpscare in fünf Minuten. Hilfe. Ich werde das nicht überleben, denn ja, Chat, ich werde den Scheiß komplett zum Ende spielen heute. Der ganze DLC in einem Stream. Let's go, der Hase. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Es ist jemand Bekanntes. Wo? Da hat jemand die Pizza zu lange im Ofen gelassen. Und was zum Teufel ist das dann? Nein, das ist doch Chica, oder? Das ist doch Chica. Die sah schon immer furchtbar aus. Aber warte, warum kennt dieses Girl sie? Kennt man dieses Girl irgendwoher? Cassie. Also, ich kenne mich ja mit FNAF nicht aus. Ich habe ja nur Security Breach gespielt, das komplett bereut. Und dann, äh, mich nicht weiter damit beschäftigt. Ist das die Schwester von Gregory? Oder seine Freundin? Was ist das für ein Arm hier? Bitte sagt mir jetzt nicht, dass da gleich irgendein Roboter aus dem Müll rauskommt. Ob mich verfolgt. Wo zum Teufel ist eigentlich Freddy? Scheiße, was war das? Fuck. Da kommt irgendwas. Da kommt irgendwas. Kann man sich auch umschauen? So nach hinten, während man läuft? Nein? Okay, schade. Äh. Ja, aber nochmal die Frage. Sound passt, oder? Schreibt mal alle in den Chat. Damit ich Bescheid weiß. Irgendein fucking Minigame? Nein. Natürlich kennst du die Chica. Woher? Wer ist sie denn? Wer ist Cassie? Wo bekomme ich jetzt Strom her? Hä? Das sind alles bekannte Franchise-Maskottchen. Jeder kennt die in der FNAF-Welt. Ah, okay. Freddy kommt später. Na gut, ich hoffe, der hilft mir wenigstens. Ja, Sound passt. Also zumindest sagen wir es 90%. Okay, cool, 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 cool. Äh, ich fürchte, jetzt müssen sie mir einmal helfen. Oder kann ich da bei der Lampe was machen? Ach, ist das so ein Stromgenerator? Ah, okay. A FAS-Wrench. Was? Kenn ich nicht. Ich hoffe, ich kann damit so, 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 so Elektroschocks austeilen, wenn mich Chica verfolgt oder so. Das wäre nice. Lade alle Leitungen auf die korrekte Menge auf. Zeige mit dem Fass Kreuzschlüssel auf die Leitung, um sie aufzuladen. What? Alle aufladen? Also in dem blauen Bereich müssen die sein oder was? Ach, cool. Ist ja gar nicht mal so schlecht, das Game. Bisher. Sagt er, nach 10 Minuten. Aber dann sollten jetzt wenigstens die befriedigt sein, die immer nach 10 Minuten fragen, wie findest du das Spiel? Wie findest du das Spiel? Normalerweise halte ich mich ja immer bis zum Ende zurück. Weil ich finde, nach 10 Minuten und auch nicht nach einer halben Stunde oder einer Stunde kannst du kein Fazit abgeben. Aber bis jetzt, Retalk, ist es besser, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich schon jetzt Lags erwartet und, und, und... Cringe die Verfolgungsjagden, wo du überhaupt gar keine Chance hast. Weißt du, das Hauptgame war so unfassbar unfair teilweise. Es hat ja sogar wirklich was von Grusel. Oha. Naja, also... Bis jetzt enjoy ich's, ja. Aber das wird niemals bis zum Ende halten. Hast du was verpasst? Warum hat der Roboter solche Kratzspuren? Gab's nicht noch so eine Art Tiger irgendwie? War da nicht was? Ich glaube, ich muss da hoch, oder? Aber wenn du sagst, ich habe was verpasst... Ich dachte, das hier ist alles übelst. What? Oh mein Gott. Ja, willkommen zu FNAF Security Breed Ruin. Tiger ist jetzt tot oder gefangen worden? Roxy ist der Tiger. Nein, ein Wolf. Achso, ah. Ich wusste noch so einigermaßen, dass das war. Und was war das gerade? Ein Alligator? Ah, stimmt. Ich erinnere mich leise an den Alligator. Tatsächlich sind die Jumpscares bislang aber gut. Also, bis auf einer. Aber bleibt das bis zum Ende so hoch frequentiert? Weil ich finde es ein bisschen zu viele, dafür, dass wir jetzt erst 10 Minuten im Game sind. Also, da werde ich am Ende einen Herzinfarkt haben. Oh, okay. Fuck. Wir sind in dem... ...in dem Revier des Krokodils. Scheiße. Viel Spaß. Hab eben den tausendsten Krok in TOTK gefunden. Oha. Glückwunsch. Endlich überstanden. Scheiß. Ich auch. Nein. Corona ist vorbei. Also, habe ich das Gefühl zumindest. Ja, okay. So, aber da habe ich mich jetzt nicht erschrocken. Das war ein bisschen zu billig. Oh, das ist weird. Sicherheitsmaske. Ob die wirklich Sicherheit gibt, weiß ich nicht. Oh, what? Wait, what? Ich habe damit Infrarotsicht? Willkommen zu Wenni, der virtuellen argumentierten Neural-Netzwerk-Integrationseinheit. Neuer Benutzer erkannt. Occipital-Transponder wird gekoppelt. Das wird überhaupt nicht wehtun. Nööööö. Ja, geil. Aber dann kann ich ja jetzt eigentlich immer sehen, wenn irgendeine Gefahr naht. Hallo, echte Welt. Du hast Glück. Über das Transponder-Implantat kann ich drahtlos mit dir kommunizieren. Selbst wenn du die Maske abnimmst. Als Techniker der Klasse 5 hat man eben seine Vorteile bei Fassherstellung. Natürlich musst du deine Maske wieder aufsetzen, wenn echte Arbeit auf dich wartet. Wenni war der Hase. Stimmt, Wenni war doch so übelst das Mysterium in dem Spiel. War das nicht am Ende sogar der Hauptboss? Ich erinnere mich wirklich nicht mehr zu 100%. Aber ja, ich glaube irgendwie so war das. Zeig mir die Maske nur... Ah, nee. Sieht einfach aus wie so ein Reisekoffer von einem Creeper. Das ist nur ein Sammelgegenstand, oder? Nice to have, aber brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Ich glaube, wir müssen hier durch... Warte, was? Ich kann durch Wände laufen? Oder durch bestimmte Gegenstände? What? Okay. Das ist ja wild. Nein, war nicht der Hauptboss. Echt? Aber war schon super, super Mystery. Der Charakter. Ist das die Damen-Toilette? Okay, ich glaube, wir müssen hier wieder die Maske anziehen. Ja, vorhin auch schon. Also manchmal verschwinden gewisse Gegenstände. Das heißt, wenn wir mal nicht weiterkommen, dann immer mal kurz mit der Maske ausprobieren. Das ist eigentlich ein cooles Feature. So, jetzt aber mal danke für die gegifteten fünf Mitgliedschaften Leandro und herzlich willkommen im Chat. Ah, ich glaube, man sieht auch immer, wenn man da durch kann, weil da sind so ein paar... Ja, Pixel. Die das andeuten. Leider weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Aber so der aller, aller heftigste Ort... Äh, was war das nochmal? Das war so ein Café, glaube ich. Wo man auch von so einem Riesenroboter verfolgt wurde. Und wo der geilste Soundtrack des Spiels spielt. Also eins muss man dem Game ja lassen, der Soundtrack war geil. War das nicht sogar hier? Also man erkennt es halt kaum, weil es komplett zerstört wurde. Was haben wir denn hier für einen schönen Automaten? Der funktioniert sogar noch. Ist das ein Minigame? Golf? Wie spiele ich das denn? Digga? Es gibt einfach keine Erklärung. Hä? Ich kann nichts machen. Okay, dann warte ich mal ganz kurz. Too lazy. Danke dir für die Donation. Viel Spaß. Hab... Achso, das war der 1.000. Genau. Glückwunsch. Und danke auch an Max Müller. Valentin Ross und Stober für die Mitgliedschaften. Und Jessica, die hat auch 5 Giftshubs dagelassen. Vielen Dank. Das ist Monty Golf. Okay, und wie spielt man denn Shit? Shit. Shit. Es gab es im Hauptteil. Also heißt das, das funktioniert jetzt einfach nicht mehr? Oh, dann gehe ich raus. Mausrad. Nein, ich spiele auf PS5. Das schmiert oft ab bei sowas. Ach, war das jetzt doch ein Bug oder was? Also ich meine, es ist FNAF. Würde ja nicht verwunderlich sein. Probier es noch einmal aus. Aber ich habe eigentlich alles gedrückt und es ist nichts passiert. Nach vorne drücken. Habe ich ja. Ne. Geht nicht. Ach, warte. Jetzt lädt er auf. Ah, jetzt lädt er auf. Okay. Leider habe ich Pech gehabt. Oh, das ist eigentlich ganz funny. Aber halt extrem auf Glück aufbauend, oder? Zu schwach. Nein. Nein, nicht wieder. Ach, komm. Bro. Als ob man jetzt abwarten muss, dass es wieder komplett nach unten gerollt ist. Ach, lädt mich am Arsch. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jordan, danke dir für den Superjet. Oh nein, warte mal. Ich erinnere mich auch noch an das Bällebad. Das war ja am Anfang des Spiels. Das war auch sauhart. Und hier gab es den Mond. Aber das war actually auch etwas, was mir sogar gefallen hat. Trotz der Schwierigkeit. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht noch ein... Okay, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Mit lustig. Jetzt kriegen wir aufs Maul. Ich habe jetzt aber nicht erkannt, wer das war. Okay, jetzt geht's los, I guess. Müssen wir irgendwas finden und wahrscheinlich werden wir das verfolgt. Oh nein. Das war im Daycare. Die Tür befindet sich im Notfall-Sperre-Modus. Suche in der AR-Welt nach aktiven Sicherheitsknoten. Deaktiviere diese nervigen Knoten, dann sollte die Tür aufgehen. In der AR-Welt. Also die hier, ja. Was genau ist jetzt unter Sicherheitsknoten zu verstehen? Oh, warte mal. Es wird sogar angezeigt. Aber warum höre ich hier eigentlich lachende Kinder? Ist das gleichzeitig so eine Verbindung in die Totenwelt oder was? Moment, komme ich da rauf? Ah ja, chill ich. Lauf jetzt erstmal komplett durch. Oh, wa-wa-wa-was ist das? Unterknoten zuerst deaktivieren. Was? Warum hat das Teil da links nen Hasen-Design? AR-Sicherheitsnetzwerk. Verbünde die zueinander passenden Hologramme, aber bekreuzte die Linien nicht. Was meinst du damit? Also es muss so straight verbunden werden, oder wie? Achso. Ah, okay. Und nur die Leuchtenden können verwendet werden. Ah ja. Trag nicht zu lange die Maske. Warum? Warum? Als ob ich das Item einsammeln kann, obwohl ich gar nicht da drüben bin. Was ist das jetzt hier für ein komischer Weg? Aber die Tür müsste jetzt auf sein, oder? Ich hoffe, das ist ein entspannter Rückweg. Juvian, danke dir für den super Chat. Hab schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das spielst. Ich weiß selber nichts. Freue mich schon auf die Ausraster, Jumpscares und vor allem die Bugs. Also Bugs soll es keine mehr geben, angeblich. Jumpscares hat man schon einige. Boah. Nicht zu lange verwenden, sonst stirbst du. What the f- Warum? Davon haben die aber nichts gesagt, oder? Was zum Teufel ist das schon wieder? Oh, ne Kamera. Warte, ich dachte die Tür ist jetzt, ist jetzt. Gesaved. Junge, sag nicht, ich hätte noch irgendeinen Knopf drücken müssen, oder so'n Scheiß. Ach, hier geht's weiter. Alarm, ich habe eine anormale Initiat im Venni-Netzwerk entdeckt. Bitte sie doch, sofort zu gehen. Ja, dann, äh, ciao. Geh mal, bitte. Sollte das nicht funktionieren, verlässt du am besten den AR-Modus und wendest dich an unseren rund um die Uhr erreichbaren Kundenservice. Ja, klar. Das verstehe ich immer nicht ganz. Es gibt voll viele so Services, die sagen so rund um die... Okay. What the hell? Was ist gerade passiert? Jedenfalls, es gibt voll so viele Services, die sagen so rund um die Uhr. Aber wenn du dann um drei Uhr nachts anrufst, ich habe es extra mal ausprobiert, geht kein Schwein ran. Okay, wo ist der Unterknoten? Hä? Aber da, da, von da bin ich doch gekommen. Nee, warte, ich glaube, der Rot ist gemeint, ne? Aber da sind mehrere! Was ist das denn? Komme ich da jetzt in der Real... Nee. In der Real World komme ich da nicht durch. Was hat das jetzt gebracht? Ach, warte, ich glaube, es ist schon gesaved. Okay, ultra weird. Dann jetzt noch den anderen Roten verfolgen. Wenn der blaue Hase erscheint, dann Maske ab und kurz warten. Ja, ja, ich habe Instant gedrückt. Aber das scheint... Keinem... Was war das jetzt? Kein Plan. Äh, das scheint aber keinem festen Zeitplan zu folgen oder so. Also das Monster, das scheint random, habe ich das Gefühl. Aber jetzt bin ich safe, oder? Während ich diesen Quatsch hier mache. Kann ich jetzt durch die Tür? Wo war nochmal die Kamera? Ach, da. Hä, warum? Äh, warum? Wofür mache ich das alles? Wie viele von den Scheißdingern gibt es denn noch? Wenn du den Sound hörst, nimm die Maske ab. Ja, ja, sowieso. Also wenn mir irgendwas, äh, sass vorkommt, nimm ich die sofort ab. Wurde doch gesagt, je länger du die Maske... ...je länger du die Maske hast. Ja, nee, aber vorhin habe ich sie einmal ganz kurz nur angezogen und dann kam schon das Face und so. Aber gut, kann auch nur Zufall gewesen sein. Jedenfalls, ich werde vorsichtig sein. Hä, es sind doch beide Unterknoten deaktiviert, oder? Beide sind auf blau. Ah, es gibt noch einen. Ach, komm. Okay. Schnell. Wird auch immer belastender. Warte, was? Ich bin hier nicht safe? Oh, come on, bro. Lalu, vielen Dank für 10 gegiftete Subs. Haut mal ein paar Herzen raus. AR Gold. Oh, ich kann gar nicht vorlesen, wer alles. Aber 10 Leute haben das Geschenk erhalten. Konsti zum Beispiel. Ehre, Lalu, vielen Dank. So, jetzt nochmal schnell, 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 schnell. Ich dachte halt wirklich, ich bin, während ich dieses Rätsel da mache, sicher, aber nein. Haben wir doch beschrieben. Ah, habe ich verlesen. Was ist das jetzt? Warum ging da jetzt eine Musik an? Welche Tür? Die hier? Yes, Baby. Okay, aber wie zum Teufel komme ich da jetzt hin? Ich habe mich schon ein bisschen von allem anderen entfernt gerade. Muss ich zurückgehen? Oder gibt es eine andere Verbindung dahin? Ne, ich muss zurück, ne? Safe. Aber ich glaube, wir sollten die Maske dabei nicht anhaben. Irgendwie, irgendwie ist das nicht gut. Oh, my God. Bruder, diese Jumpscares, die sind tatsächlich relativ gut. Zwei habe ich projected, alle anderen haben mich erwischt. Aber die Maske hat jetzt damit ja auch nichts zu tun gehabt. Das heißt, es sind zwei unterschiedliche Freaks, die uns da verfolgen. Hier muss ich sie anziehen, sonst komme ich nicht durch. Ich glaube, da vorne ist der Plaza, weil, also mit der Bühne, weil ich habe da diesen einen Gitarristen gesehen. Spielst du es heute durch? Ja, ich will es komplett durchspielen. So, hier irgendwo war die Tür, das weiß ich noch. Ja, da vorne, let's go. Das war das Finanzamt. Ja, die buchen jetzt glaube ich nächste Woche ab einen ordentlichen Betrag. Ähm, was machst du da? Ja, häng mal weiter ab, Bro. Weiß ich, das erinnert mich voll so an diese Pepsi-Getränke. Ich finde ja Pepsi an sich noch okay. Aber alter, Miranda zum Beispiel ist doch wirklich absolut ekelhaft. Erstmal Pepsi-Placement auf Lebzeit verbaut. Man kennt's. Kurze Hose abchecken. Was? Wie lange ist der DLC? Äh, ich glaube so drei Stunden, oder? Und dass er kostenlos ist, ist schon stabil. Aber ich sehe das als Entschuldigung dafür, dass das Hauptspiel so eine absolute Scheiße war. Oh nein, Kratzspuren. Auch am Boden. Oh fucking hell. Roxy war das, oder? Schnell raus. Dumpass-Girl, danke für die Ehrenmitgliedschaft. Und Kim Salabim, die auch. Sowie Vertus. Kuss, kuss. Hä? Was soll das jetzt? Geht hier nicht weiter? Ach so, das hat geklappert. Ich habe jetzt die ganze Zeit was gehört, aber ich war mir nicht sicher. Nein, ich dachte, das sind wir jetzt endlich los. Im Vergleich zum DLC ist das Hauptspiel eine Alpha. Ja. Das ist richtig. Wie viel kostet das Hauptspiel? Keine Ahnung, was es heutzutage kostet. Das Hauptspiel kam vor einem Jahr raus. Also ich glaube, so teuer wird es nicht mehr sein. What the hell? Was war das? Ich kann die Maske nicht abnehmen. Ja toll, und jetzt? Oh crap, ich glaube, ich muss schnell sein, sonst sind wir tot. Ich kann die Maske nicht abnehmen. Mach auf, Mann! Ah, jetzt. Hä, was? Ich habe es noch abgenommen! Digga, ich habe genau in dem Moment gedrückt. Genau in dem Moment. Willst du mir jetzt erzählen, ich bin wegen einer Sekunde gestorben? Oder hätte ich da nicht reinlaufen dürfen? Hals, Maul. Hals, Maul. Zu spät. Digga, ist das lächerlich. Aber ich habe früher gedrückt, bevor er kam eigentlich. Was ein Betrug. Es geht hier gut los, ey. Eine Millisekunde. Ja. Anscheinend. Ah, ist noch zum Kotzen. Okay, man kann es aber sogar hier schon abnehmen. Ich habe es leider erst in dem Gang gesehen. Ach, komm ey. Also wirklich wegen einer halben Sekunde oder so. Wer kommt? Fuck. Nagi, herzlich willkommen und danke für die Mitgliedschaft. Ich hoffe, das ist jetzt aber nicht das ganze Spiel so. Freue mich so auf Little Nightmares 3, da Supermassive Games diesen Teil entwickelt. Danke. Ja, ich auch. Gibt aber noch keinen Release-Datum. Nur 2024. Aber es wird auf jeden Fall nice. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass es scheinbar Two-Player geforced ist. Und falls nein, sollten die Rätsel aber trotzdem auf Two-Player aufbauen. Dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass der AI-Bot, der einen da supportet, gleich ein bisschen zu... ...ja, wacky sein wird. Mann! Lass mich in Ruhe! Wo ist der scheiß Knoten? Hier? Oh. Ach komm, jetzt schon wieder! Vor allem, der kommt gerade. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Was soll ich jetzt machen? Haut der ab, wenn ich das aktiviere? Ah, warte, jetzt kann ich abnehmen. Hä? Aber er verfolgt mich trotzdem noch, oder was? Ja, da ist er! Da ist er! Kam ich von da oder von da? Ah, ich glaube, das ist beides das Gleiche. Das heißt, er verfolgt mich grundsätzlich, hat aber zusätzlich noch die Möglichkeit, wenn er zu nah an mir dran ist, äh... Ja, die Maske zu infiltrieren, oder was? Ja, jetzt macht das schon wieder. Also, man muss wirklich unten links auf dieses Icon achten und sie dann, sobald es geht, abnehmen. Ja, okay. Verstanden. Freut mich, dass du das DLC tatsächlich probierst. Ganz freiwillig, Julian. Ganz freiwillig. Und sicherlich nicht, weil ich zugespampt wurde. Das ist irgendwann Kingdom Hearts spielen. Habe ich auch einmal gemacht? Wie jetzt? Kann nicht sein. Stimmt auch nicht. Quarantäne? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber nice. Achso, ich komme nur in der AR-Welt dadurch. Moin. Moin. Hauptspiel durchgespielt, ja, als es rauskam vor einem Jahr. War grauenhaft. Wo sind Sie? Ich bin im Taggarten. Ist es ein Weg aus hier? Geh zum Taggarten. Es ist ein Weg nach den Katwalken. Es sollte dir helfen, zu der Rennstelle zu kommen. Zum Free-Ater? Keine Ahnung, wo das war. Oh, nee. Waren das nicht diese Roboter, diese... Oh, ja. Die haben einen doch immer verfolgt, wenn man sie nicht angeleuchtet hat oder so ein Scheiß, ne? Das war auch so eine beschissene Stelle in dem Spiel. Boah, hatte ich da Freak-outs. Aber die sind jetzt anscheinend alle kaputt. Gut so. Nein. Bitte lass das nicht bedeuten, dass der Scheiß-Mond jetzt kommt. Okay. Ich kann da nicht durch. Nein. Es kommt der Mond. Weil das... Das ist... Das ist seine Area. Seh ich sofort. Scheiße. Gottlos. Ja, so gegen so einen Mittagsschlaf hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Da muss ich ihm sogar recht geben. Ach, nee. Bitte sag nicht, dass er sowas ähnliches macht wie im Hauptspiel. Das war... Ja, es war cool, aber es war auch hardcore und unfair. Ach. Was war mit dem Mond? Schau dir gern den Stream an. Der ist ja noch verfügbar auf YouTube. Ja, siehst du es. Nein. Ja, die haben alle eine Fehlfunktion. Dom, ich schläft bestimmt nur fünf Stunden am Tag. Nee, nee. Schon zwischen sieben und acht, aber halt so beschissenen Zeiten. Also sollen wir jetzt für ihn das Licht einschalten? War das nicht sogar was ähnliches wie im Hauptgame? Ich weiß nicht mehr genau, was da abging. Okay, ich glaube, der ist jetzt für eine Zeit gestunt, aber wir sollten jetzt nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, okay. Ja, und was soll ich dann damit machen? Anomalie erkannt, Quarantäne. Achso, wir müssen die Symbole finden. Was? 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 Warte, ich muss kurz... Da kommt was. Ah, okay. Das verschwindet, wenn ich die Maske abnehme. Okay, 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 okay. Ja, es ist dasselbe ungefähr. Ja gut, aber wenn ich das wieder anziele... Ist das... Ist das Monster und Wilk? Zumindest zeitweise. Gut, ich glaube, wir müssen erst den Mond... Nee, doch erst den Mond aktivieren und dann die Sonne, oder was? Deswegen hat es nicht funktioniert. So, Mond. Und dann? Boah, da muss man einfach schnell genug sein. Ich hab keinen Plan. Ja, was jetzt? Okay, es ist offen, es ist offen, es ist offen. Ich hab nur keine Ahnung, wo das ist. Ich freue mich schon auf das Fanart dazu. Machen. Cool. Lass es noch. Zockst. Viel Spaß, Tom Fanarts. Das wird bestimmt gruselig. Wo hab ich denn jetzt bitte den Zugang geöffnet? Hier? Nee. Alter. Oder war das hier vorher versperrt? Ja, ich komm da eh nicht drüber. Ey, Dicker. Ich hab keinen Plan. Joah, ich glaube, ich bin gleich tot. Hinter dir? Nein. Oder hier, der Weg? Da waren wir... Nee. Oh, wieso ist das so unübersichtlich? Neben der Maske? Neben der Cam? Beim Freddy-Kopf? Ich hab hier noch gar keinen Freddy gesehen. Wo ist denn Freddy hier? Ach da! Ach so, man muss aber die Maske aufhaben. Na gut. Ich hab sie ausgezogen, weil vorhin halt das Monster kam. Hä? Ja. Hat nicht viel gebracht. Und jetzt kann ich sie nicht mehr abnehmen. Na, ich bin tot. Lass mich doch das Scheißteil jetzt abnehmen! Was ist das, Mann? Es ist sogar noch schlimmer als im Hauptspiel, ey. Oh nein, er ist ganz in der Nähe. Er ist ganz in der Nähe. Diese scheiß Blühfiguren immer. Ist das eine Sackgasse hier? Ah nein, 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 nein. Okay, okay. Lass mich gehen, endlich! Okay, zumindest konnte ich die Maske abnehmen. Oh, Junge. Leandro, danke für die Doni. Freue mich auf Zürich Popcorn. Dort kann ich dich endlich treffen. Genau, ich werde dort sein. Weiß gar nicht. Ende September oder so. Ich hab das Datum gerade nicht im Kopf. Binnenfurtz, danke dir. Und hast du noch die goldene Kamera oder ist sie in den Müll? Warum sollte ich in den Müll schmeißen? Ach du Scheiße. Okay, jetzt ist es wirklich genau der gleiche Scheiß wie im Hauptspiel. Das mit den Generatoren und so. Ach komm, Digga. Warum? Warte. Der Generator heißt noch ein weiterer nur noch. Ich glaube im Originalgame waren es vier oder so. Okay. Ist der das? Glaube. Oder ist... Nein, doch nicht. Das ist der, den wir gerade aktiviert haben, oder? Bro, ich hab keine Ahnung. Aber doch, wir kamen ungefähr von hier. Du mochtest es doch. Ja, aber es war schwer und hardcore. Das mit den Generatoren. Hier ist alles zerstört. Man erkennt es halt auch überhaupt nicht mehr wieder. Zumindest ist der Mund aber nicht so aggressiv wie im Hauptspiel. Also, weil da wären wir schon fünfmal tot oder so. Mindestens. Ich glaube hier müssen wir rein. Nein. Das ist die Tür, die sich öffnen wird. Okay. Heißt aber auch, dass die dann... ...dass die dann wahrscheinlich zum Generator führt. Erst, erst das Schild. Hier. Und jetzt die Sonne. Hier. Okay, schnell. Weg. Maske ausziehen. Und warten. Ganz gechillt bleiben. Ja, nochmal zur goldenen Kamera. Die ist allerdings ein bisschen so verrostet. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Die stand einfach nur in der Vitrine. Weiß irgendjemand, was man da machen kann? Mario Wanda kommt ja bald. Leider ohne Charles Martin. Ja, leider. Finde ich auch nicht schön, aber... Joa. Kann man nichts machen, ne? Oh, crap. Okay. Schnell. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Wir gehen! Also immer, wenn ich in dem Spielplatz drin bin, glaube ich, kann ich die Maske nicht abnehmen. Was war das denn? Irgend so ein böser Hase. Schilder musst du deaktivieren. Warte, hier kann ich die Maske wieder ausziehen. Vielleicht bringt mir das was? Ja, das bringt mir was. Okay. Oh, yes! Ja, das wirkt jetzt aber nicht so, als wenn es der letzte gewesen wäre. Ich vertraue mal dem Pfeil, ja? Echt jetzt? Er ist stuck, sagt er? Weiß ich nicht, ob ich das glauben kann. Wäre zu einfach gewesen. No lights. Deine Mutter. Weil, wo soll ich hin? Das ist... Oh, shit, da ist er! Kann ich mir einfach den Hals umdrehen? Kann ich? Oder einen Elektroschock verpassen? What the fuck? Soll ich jetzt einfach gehen? Nicht mit der Maske. Ich muss den neu starten. Ja, aber wie denn? Wie denn? Runterspringen? Oder nicht? What the heck? Hingehen? Ja, ich war ja da. Mit dem Ding. Wurde aber nichts angezeigt. Muss von der Seite ran. Äh, ja, unnötig. Danke. Okay, und hätte ich jetzt die Maske angehabt, dann wäre ich gestorben, oder was? Thank you. Na gut, dann haben wir das ohne Tod geschafft. War aber auch nicht ansatzweise so schwer wie im Hauptgame. Bitte, nein. Nein, bleibt einfach stehen. Mach, 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 mach nicht diesen. Nein. Nein. Nein! Hör auf! Ja, komm, da stehen nicht ohne Grund so viele, ne? Ja, die kommen auf jeden Fall auf mich zu, während ich hier rumwerkle. Scheiße, was war das denn? Der Hase. Der Hase. Den haben wir vorhin schon gesehen. Jetzt kommt die Hölle. Die Stelle ist bodenlos. Och, komm, hört auf! Hört auf! Wie weit ist dann dieser scheiß Knotenpunkt bitte weg? Hallo? Einfach in einem anderen Land. Scheiße! Nein, der Hase! Okay, also wenn der kommt, dann sofort abnehmen. Was muss das Ding hier sein? Weiß aber nicht genau, wie ich damit interagieren kann. Hattest du was damit zu tun? Ja, safe. Okay. Die Stelle ist scheiße. Deal zu schwer. Eine scheiß Stelle. Ja, äh, schönen Dank für die Motivation. Der Hase heißt Maxis. Oh, süß. Und dann geht ihr Cywill. The Last of Us Part 2 oder FNAF Security Breach? Naja, das eine ist ein geiles Game mit einer scheiß Story und das andere ist... Eigen. Hä, wieso? Ah, okay. Schnell. Geil. Also das erste haben wir schon mal. Schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Ich frage mich, kann der Hase auch plötzlich vorbekommen? Ja, ich probiere es nicht aus. Ich probiere es nicht aus. Einfach schnell ausziehen und gut ist. Will es ein Try and 5 Let's Show geben? Hm, habe ich überlegt, aber bis jetzt, äh, nein. Ah, da hinten ist noch einer. Ah, da hinten ist noch einer. Noch weiter weg. Gern, da hinten ist noch einer. Nein! Es war so klar, dass sich die Roboter bewegen werden. Ja gut, also jetzt wird es wirklich bodenlos Warte mal Ach, sie bewegen sich nur in der AR-Wild Nein Ja, aber komm Also, der stand ja wohl wirklich direkt vor dem Ausgang Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Wahrscheinlich ist jetzt der erste, äh, das erste Kabel auch nicht gespeichert, ne? Sie verfolgen dich ohne Maske Also stand er da jetzt halt ernsthaft auf 200er IQ-Basis vor dem Ausgang Hat so getan, als wäre er tot Nur um zu warten, bis ich komme und mir dann den Hals umzudrehen GG GG An der Stelle Wo zur Hölle bin ich denn? Hä? Wenn du sie anschaust, bleiben sie stehen Ja gut, aber Also im Prinzip habe ich ihn ja angeschaut Wenn du mit der Maske an ihn rangehst, wird er aktiviert Aber ich hatte die Maske doch gar nicht an Das war ja das seltsame Also da muss ich echt nochmal ein bisschen schauen Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt Aber gut, wir wissen zumindest schon mal Dass wir hier hin müssen LOL Der Hannes Digga, danke für 100 Münzen Bin schon froh, dass du diesen DLC nun endlich spielst Alter Danke für den Giga-Support Einen schönen Abend dir Und ja Sammel das Salz auf Morgen fürs Frühstücksei kannst du es sicherlich gebrauchen Dankeschön Kuss Hallo Boah Also manchmal ist es echt nervig mit diesem Aktivieren Oder muss ich die Maske anhaben? Achso Ja, okay Gut, dann raus Und hier weiter Irgendwo war das Dreckskabel Glaube ich Jetzt sehe ich es aber nicht Hä? Mann, wo sind die anderen zwei beschissenen? Drecksdinger Hä? Aber das war doch da Hier im Eck, wo der Roboter stand oder was? Ach nee, da geht es weiter Hä? Das habe ich aber gerade nicht Ich habe das gerade nicht gesehen Und warum kommt der Roboter jetzt nicht? Oder ist es der? Hat er sich gerade bewegt? Da stand doch gerade keiner, oder? Ah, okay, 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 mach Leandro, du King, vielen lieben Dank für 20 Giftsubs an die Community Spamt ihnen mit Herzen zu Add Leandro Oh, scheiße Roboter kommt Aber ich glaube, ich bin schneller als der Was? Okay Er ist schneller Scheiße War das knapp Hä? Das ist ja unreal, wie schnell der sich bewegt Aber nur der eine ist echt, oder was? Moment Verfolgt er mich jetzt, wenn ich die Ah, dann bewegt er sich, aber er sieht mich nicht Also ich kann mit der Maske flüchten Oh mein Gott Es werden immer mehr Und wir dürfen ja nicht vergessen Wenn der Hase kommt, muss ich die Scheiße ausziehen Wo ist das letzte Kabel Nein Nicht jetzt, bitte Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein Boah, ist das gottlos Aber ich glaube, ich glaube, der zweite Roboter, der gekommen ist Der patrouilliert normalerweise hier Und wir haben jetzt Glück, dass er hinten ist Ich muss die Maske anziehen Oh, als ob das schon hier ist Okay, nice Dann kurz ausziehen Damit sich das alles wieder regeneriert Und der Hase nicht kommt Und dann haben wir hoffentlich genug Zeit Um es, ähm Ja, komplett zu aktivieren Und go Schnell, mach Oh, zum Glück ist das Rätsel einfach Nein, es ist doch nicht einfach Scheiße, es war falsch Löschen Ich bin so dumm Okay, 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 okay Wo? Da? Nein, wieso kommt jetzt der Hase? Fick dich! Sieh aus! Oh, war das knapp Das war doch safe gescriptet Dass der Hase da steht, ne? Pfff, also nochmal Danke, Leandro Wahnsinn Und Zockertim, dir auch danke für die Mitgliedschaft Und alle anderen, die ich leider übersehen habe In all der Angst Ist das dein erstes Mal, FNAF? Ne, an sich das zweite Mal Also das Hauptspiel war mein erstes Mal, ja Jetzt halt der DLC dazu Ready and friends on tour Ja, super Warum könnt ihr nicht einfach wegbleiben? Sonne-Mond-Schild Also wir haben jetzt ein Safe, oder? Ah, war falsch Ich hoffe, dass das jetzt gespeichert wurde Da ist der Mond Und dann ist hier die Sonne Ach komm, Alter Pist dich doch, du Schwanz Würdest du ein Let's Show zum Mortal Kombat 1 bringen? Habe ich, glaube ich, nicht den Skill, Aggie-Man Aber vielleicht so Just for Fun mit Ziggy Das wäre ne Vorstellung Alleine, glaube ich, wird's aber zu cringy Ach so, die Sonne bleibt sogar gespeichert Okay Mond Hä? Jetzt doch nicht? Ich finde diese Art Rätsel am beschissensten Das geht mir richtig auf den Sack Warum war das denn jetzt gerade falsch? Es resettet sich, wenn du die Maske ausziehst Nee, warte Jetzt Oder doch? Okay Und die 1 oder 2? Ich glaube, die 2 war es Ja Ja, und was passiert jetzt? Hä? Hä? Was hat mir das gebracht? Also es taucht dieser Riesenroboter auf Aber Ja, was bringt das? Ist das eigentlich der, der Naja Beim Finale so mäßig? Bin mir nicht mehr sicher, wie der aussah Hä? Ich check's nicht Was willst du von mir? Du musst rein in den Mund Aber das habe ich doch sogar versucht Das ging nicht Ah, ich glaube, weil man erst da rauflaufen muss Und dann die Maske anziehen soll Nein Hä? Ja, okay Ich habe mich anscheinend dumm angestellt Nein, oder? Ah, gut Einfach ausziehen Stimmt, ich habe versucht von vorne drauf zu springen Ich habe das mit der Seite gar nicht probiert Ja, ja, genau Ja, war ich da blind Okay Moment, gab es nicht noch einen Monster, das immer in Schächten aufgetaucht ist? Ich glaube, der kommt als nächstes Oder wird es noch schlimmer? Was ist das jetzt? Eine Geisterbahn? Monty Gator Golf Da waren wir doch vorhin schon Also ich mag Geisterbahn eigentlich Aber sie sollte nicht tödlich sein Spielewölfchen, danke für 60 Monate Ich hoffe, du bist noch gut nach Hause gekommen von der Gamescom Da sind die ganzen Pisser Bitte FNAF VR Gibt es das in VR? Nein, oder? Das stelle ich mir schon ziemlich schlimm vor Jetzt kommen Rätsel Aber ich kann gar nichts machen eigentlich Nicht mal die Maske an und ausziehen Schon mal Fallout gespielt Hat mich nie angesprochen, daher nein Ja, ich hoffe, die sind versichert Es gibt eine Anzeige Erhebliche Sicherheitsmängel hier Ja Ja, sieht nach dem Krokodil aus Nein, so nicht Das ist ziemlich krass in VR Ja, also wie es aussieht, weiß ich natürlich nicht Aber ich stelle es mir auf jeden Fall schon sehr scary vor Sind das jetzt dieselben Sicherheitsknoten wie davor auch? Dann müssen wir zu diesem heruntergefallenen Kopf oder was das war Erstmal hier rumspielen Was war dein bester Moment auf der Gamescom? Ähm Bester Moment Ja, so ein paar Von euch eigentlich Die Die sehr lieb reagiert haben Ich meine Ich habe jetzt ja auch Glaub ich Vier Ja Vier Jahre im Prinzip Keine Fans mehr in Real Life getroffen Deswegen war das schon auch für mich was besonderes wieder Und ich fand das waren Ja Echt Schöne Gespräche und schöne Reaktionen Und in den Spielen gab es ja gar nicht so viele krasse Also ich glaube ich habe auch Ich habe mich nur für ein Spiel angestellt Was habe ich da oben jetzt eigentlich gerade bewirkt Es ist doch Es ist einfach gar nichts passiert, oder? What the fuck? What the Kein Plan Nö Don't know Dann gehen wir mal in die andere Richtung Gehst du nächstes Jahr wieder hin Es wird für dieses Jahr sein Es wird sich wahrscheinlich recht spontan ergeben Aber hey Wenn es dieses Jahr Noch geklappt hat Obwohl ich es eigentlich ausgeschlossen habe Dann Wahrscheinlich Vier Übertreibt doch nicht so Das muss jetzt echt nicht sein Weil wenn ich jetzt halt einmal sterbe Kann ich alles nochmal machen Komm ich da überhaupt hin Was hat Oh Er war einfach vor mir Man muss irgendwie da runter kommen Habe ich das Gefühl Bin zu blöd dafür Vielleicht ist es ja wirklich der völlig falsche Ansatz Aber da geht es auch nicht weiter Ich gehe erstmal dahinter Tschüss Ja Mir aufgefallen Was mich aber noch mehr ankotzt Ist, dass es ständig irgendwo nicht weiter geht Gibt es doch nicht Ach, die kann man abschießen? Loll War da hinten auch so eine Kanone? Naja, schauen wir uns später um Ah, jetzt kommen die ersten Fragen Wie findest du das Game bis jetzt? Schrecklich Wie man sieht Oh man Führt der Weg zu zwei verschiedenen Kabeln Ah, nur ein Item Digga, das kannst du dir sonst wo hinstecken Boah, also Der Boden ist so rutschig Das steuert Das Spiel so extrem gegen Nervt Was ist das für ein Riesenlaboritier? Bist du Monster Hunter gespielt? Nee Das mit der Kanone ist aber ganz nice Okay Aber ich bin doch safe Schon an einem Kabel vorbei, oder? Ah ja, hier Gut Joa, super Ich versuche am besten Nicht darüber zu springen Habe dich nicht gefunden Auf der Gamescom Ja, das muss man schon auch sagen Das war nicht ganz so einfach Das stimmt Ich hatte aber auch Vier Stunden Termin An dem Donnerstag Und Mittwoch kommt ja eh nicht jeder rein Aber so gerade am Anfang des Tages Und am Ende des Tages War ich eigentlich bei der Nintendo-Bühne Aber es waren schon Sehr viele Leute Also kein Wunder Wenn du mich nicht gefunden hast Vielleicht nächstes Jahr dann Ach komm, Mann Du siehst doch nix Ah, die Stelle ist scheiße Zu lang Zu unübersichtlich Das kotzt mich an ein bisschen Warte mal Gibt's Haben die hier sogar Autosave gemacht? Okay Der Knoten wurde tatsächlich gesaved Das hätte ich jetzt nicht erwartet Ehre Keine Ahnung was ich Was ich hier sehen soll Irgendwo da hinten habe ich mir doch mit der Kanone einen Weg gebahnt Und da müssen wir wahrscheinlich jetzt lang Zum zweiten Kabel Ist es diese Brücke hier? Also zumindest ist hier eins Ja Dann go Da unten ist die Bühne? Was war das denn jetzt? Ein Portal? Yo, es ist einfach immer verwirrender Das Kabel ist jetzt auch gar nicht mehr da Bin ich überhaupt richtig? Es wurden nur 5 von 20 Subs vergeben Nein Die werden alle vergeben Das passiert automatisch Ansonsten hat uns YouTube gescammt Ich habe das Gefühl Ich bin an einem An einem Ding vorbei Weiß es jemand im Chat gerade? Was ist dein Lieblings Playstation Spiel? Last of Us 1 Geht doch Ich will hier Ich will einfach nur weg hier Die Stelle ist wirklich scheiße Ja genau Spawn doch noch In meiner Fresse Alter Okay Das könnte aber Ne Ist wieder nur so Zum Kameraüberprüfen Ne Ah doch nicht Okay Ach doch Scheiß drauf Ah der Stuhl Okay Zwei von vier Und hoffentlich ein weiterer Autosave LoL Hat Leandro gerade Hat Leandro gerade noch mal 20 rausgehauen? Tatsächlich Danke Leandro An nochmal 20 Subs Für die Community Hoffentlich werden diesmal alle vergeben Ohne dass uns YouTube betrügt Ey aber wenn du hier ein Kabel vergisst Was soll das? Das Gebiet ist jetzt sicher Laber nicht Jetzt auf Ernst? Das wäre ja zu wild Das wäre ja zu wild Chica plus Yay Damit gehe ich heute Nacht ins Bett Hoffe ich kann da rüber Sieht so ein bisschen komisch aus Hä? Jetzt kamen die letzten Zwei Kabel Einfach hintereinander Aber mir soll es recht sein Der Hase ist doch nicht deaktiviert Also vielleicht für diesen Raum Ja aber der kommt bestimmt wieder Dommys Vertrauen bei diesem Spiel minus 100 Ja aber kann man verstehen oder? Wie es fehlt einer? Hä? What? Junge ich hab doch Ich hab doch vier aktiviert Wurde jetzt doch einer nicht gespeichert Oh Bro No Oh nein Warum? Ja gut der war unnötig Der war derbe unnötig Komm auch nicht mehr zurück Ja es bringt halt auch nichts Jetzt zurück zu gehen Weil ich nicht genau weiß Wo mir was fehlt Ah was eine nervige Stelle Haben gekacken Alles weg Ja ne ne Nicht viel Nicht viel Also Das muss man sagen Haben sie auch verbessert Im Hauptgame War der Verlust Nach einem Tod Viel größer Da musste man Viel mehr Ähm Nochmal machen Jetzt aber nicht der Nee Und hey Der Hase kommt immerhin nicht wieder Angeblich Ja gehe ich halt nochmal dahinter Was soll ich machen? Aber ich hatte es ja auch im Gespür Dass ich an einem vorbeigelaufen bin Hä? Ah das ist schon das Aber das leuchtet hier so komisch blau War verwirrend Aber ja das ist schon das Das fehlt Das muss hier hinten irgendwo sein Ich finde den DLC jetzt schon besser als das Hauptgame In einigen In vielen Teilen sogar Ja Muss ich nicht dahinter? Ja aber wie? Na Ist es das? Ne Oh nur ein Sammelgegenstand Oh Bruder Wie kommt man denn da hin? Und man rutscht halt auch die ganze Zeit So nervig Hier? Ne Oder? Ich sehe kein rotes Kabel Ah was ne Pisse Hier Das haben wir vorhin auch gesehen Aber warum kam denn dann die Stelle nicht Wo man es aktivieren muss? Das führt doch da rein In das Portal Oder nicht? Kann man springen in dem Spiel? Ja ja Ein bisschen Ich habe Angst dass wenn ich jetzt durch das Portal gehe Dass ich schon wieder Komplett woanders bin Aber das Kabel führt da doch durch Muss ich hier die Maske abnehmen? Nein oder? Ne da ist es wieder Da ist es wieder Führt aber nach unten Ach ne Dann nach hinten Ja okay Da sind wir nicht hin Was willst du schon wieder mit Kameras? Scheiß auf die Kameras Wo ist das Ding? Hier Und jetzt leck mich Na also Was ist das hier für ein komischer Weg? Na ich Probier es mal nicht aus Will hier nur weg Ganz Schnell Weg Okay Wir haben es überstanden Guys Also es kommt gleich jetzt noch eine böse Überraschung Was ich mir schon durchaus vorstellen kann Immer aufpassen Ja Hase ist deaktiviert Hase ist deaktiviert Hase ist deaktiviert Hase ist deaktiviert Oh Komm ey Wirklich Dann So Und so Aber die Hälfte Müssten wir jetzt schon geschafft haben Oder Bernie de Goldie Danke dir für die Gönnung Wo ist der Zugang? Also es hat sich das da oben geöffnet Oder Ja cool Und nun Wie will man da hinkommen? Hilfe Ich weiß es absolut nicht Jetzt musst du zur Gondel Wo du am Anfang warst Ah Stimmt Weil die Stelle hat ja sonst gar keinen Sinn ergeben Okay Dankeschön Florian Raus aus diesem Scheißraum Wie ist das? Also ich denke, dass der Hase die ganze Zeit zu uns spricht. Also, der, der richtige Hase. Bin es nur ich, oder wird es wirklich immer unübersichtlicher? Und gilt dieses, der Hase ist weg? Immer noch? Ich finde es ein Short geil. Dankeschön. Ja, die Animationen kommen bis jetzt eigentlich auch ganz gut an. Vielleicht können wir da ja ein neues Format fahren, wenn das so interessant für euch ist und bleibt. Ja, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Das ist das Problem. Ich habe jetzt das Schild deaktiviert. Ja, und? Es hat doch wieder überhaupt gar nichts gebracht, oder? Es ist so weird alles. Du musst in die Küche. Wurzeln, Teufel, ist die Küche. Und heißt das nicht, dass ich dann Chica begegne? Chica war doch immer in der Küche. Geburtstagsmuffin. Könnte das heißen, da sind wir richtig? Jo, es muss erstmal kurz laden. Oder es stürzt ab. Ne, es lädt. Also, so eine erzwungene Ladesequenz habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nicht mal auf Nintendo Switch. Okay. Alter, sind die verschimmelt. Hier kommt's safe, Chica. Das Schild ist für ein Secret. Ah, okay. Chica, wo bist du? Tim, danke für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen. Habe ich da den Ofen eingeschaltet, oder was ist das? Irgendjemand ruft dann nach Gregory. Also, erneut habe ich keinen Plan, was mir das gerade gebracht hat, aber... Warte, warum ist das weg, wenn ich die Maske anhabe? Ach, ist es gar nicht? Das sieht nur komisch aus. Okay. Es wird wirklich immer kurioser. Gehen wir mal hoch. Kann mir jemand sagen, was die blauen Balken bedeuten? Der hier? Das ist die Ausdauer. Also, zeigt halt an, ob ich noch laufen kann oder nicht. Ich höre Chicas Stimme. Ist das Chica? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwas Gruseliges, ja. Chica redet aus der Vergangenheit. Bestimmt nicht nur in der Vergangenheit. Wurde die nicht sogar verbrannt in so einer Müllverbrennungsstation? Oder in so einem Pizzaofen? Irgendwas war das doch. Ja, und nun? Alter. Dieses Teil, das muss doch irgendwas zu bedeuten. Ach, Mann. Ich sah gerade... Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte es schon überprüft. Ich habe mir vor zwei Wochen eine PS5 geholt. Dann hoffe ich, sie gefällt dir. Oh. Das war eine Müllpresse. Genau. Ja, aber da die ja alle irgendwie noch leben, wird es bei Chica nicht anders sein. Und ich glaube, wir werden sie in wenigen Sekunden sehen. Es ist hier verdächtig still. Da war sie doch, oder? Ach, der große Hase ist auch da. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Gut. Also den Scheißdorn müssen wir auf jeden Fall deaktivieren. Wie kommen wir also runter? Ach, die Maske geht nicht mehr. Gar nicht mehr. Bis ich das deaktiviert habe. Ja, moin. Ja, stimmt. Er hat ja gesagt, ich komme sonst nicht mehr ins AR-Netzwerk. Okay, 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 okay. Hab keine PS5-Eltern sagen, die ist zu teuer. Ja, bindest du dich ist hier nicht, ne? Aber, ja. Hä? Ist das ihr scheiß Körper? Hä, ist sie das? Oder ist das nur so ein random Roboter? Es sieht schon ein bisschen nach ihr aus. Ja, okay, doch, das ist sie. Alter, die hat sie ja mal anders krass zerlegt. Aber komm, warum kann sie denn noch laufen? The fuck? Will mir ne PS5 zu Weihnachten wünschen? Ja, das ist ne gute Idee, mach das. Ja, da kann ich nicht rein. Was denn? Oh, da hinten. Da hinten. Ja komm, ich muss die doch umgehen, irgendwie. Wieso, verdammt? Aber, äh, die Taschenlampe kann sie nicht sehen, oder? Als ob die sich da jetzt gemütlich hinsetzt und über ihr scheiß Leben nachdenkt. Ach nein, die sucht... Die sucht was zu fressen. Drücke den blinkenden Sprechanlage-Knopf. An ihr? Oder was? Ach nein, hier. Yo, der hat einfach aus KI ihre Stimme benutzt. So wie bei mir, äh, das mit den, mit den Songs läuft. Ah ja. Willst du Marvel Spider-Man 2 streamen? Ja, ja, schon. Also, ich denke nicht komplett, aber... paar Stunden schon. Moment, ich versuche nochmal, sie wegzulocken. Ja, sie kommt jetzt in meine Richtung. Was? Geh weg! Geh weg! Komm! Vorhin ist sie doch auch in die komplett andere Richtung gegangen. Nein, war keine KI. Sie hat... Es wurde einfach das, was sie am Anfang gesagt hat, aufgenommen. Ah, okay, gut. Dann aber eine clean Aufnahme. So, jetzt. Wohl bekomm's. Ach, da komme ich auch nicht durch. Also, muss ich jetzt ernsthaft zuhören hier vorbei? Hä? Gerade war sie doch noch am Essen. Warum hat sie mich jetzt auf einmal gekillt? Wo sie hingeht, ist von der Kamera abhängig. Warte ich vorhin nicht auch die... die hier aktiviert? Ja gut, dann war das ein Missverständnis. Weil ich dachte, ich hätte... ich hätte diese benutzt. War wohl aber doch eine andere. Schade, auch ein unnötiger Tod, auf jeden Fall. Äh... Äh... Yo. Bitte sag mir, dass wir sie jetzt endlich los sind. Nein. Hör sie noch. Hör sie noch. Starfield habe ich mich noch nicht entschieden. Ich glaube, das wird nichts für mich sein. Aber mal anschauen kann man es ja mal. Also, irgendwie brauche ich die Maske, aber ich kann die halt nicht verwenden. Was? Was war das gerade? Hör ihn? Ach, das war der Gegenstand, den ich deaktivieren musste? Jo, von hier unten sah der irgendwie gar nicht mehr so markant aus. Okay. Nein! Ah! Hä? What the hell? Habe gedacht, du wärst größer. Ja, wäre ich auch gerne. Aber ich bin nur Durchschnitt. Dafür ist was anderes an mir ziemlich groß. Wirst du irgendwann Cyberpunk-Let's showen? Yo, Bro! Gib's einfach mal in die Suche ein, dann wirst du's finden! Habe ich nämlich schon gemacht. Zum Release damals. Den, äh, den neuen DLC werde ich aber nicht, nicht bringen. Auch wenn der wohl ganz gut sein soll. Okay. Gehen wir mal hier lang. Hä? Kann die mich killen? Achso! Oh, crap! Das ist wieder wie mit den Robotern. Das heißt, sie kann mich aber nur in der Reality killen, ja? Und bei AR nicht. Oh, my God. Okay, 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 okay. Komm, das schaffen wir ohne Tod. Das schaffen wir ohne Tod. Beide Kabel gehen in diese Richtung. Ist das das schon? Fuck! Na, okay, nimm ab. Nimm ab. Irgendwo hier. Muss das letzte sein. Da ist noch so ein scheiß Item. Okay. Fuck, auf. Warum denn? Ich dachte, ich bin sicher, wenn ich die scheiß Maske aufhabe. Das ist doch so lame, Alter. Wofür gibt es dann die Scheiße denn überhaupt? Das stelle ich nicht. Ich meine, sie sieht doch sogar anders aus, wenn ich die fucking Maske aufhabe. Was ist denn dann der Sinn davon? Wo zum Teufel ist mein Autosave? Ernsthaft? Hast du die Maske abgenommen? Nein. Habe ich nicht? Nein! Auf keinen Fall! Wo ist sie? Der Hase ruft Chica. Ja gut, kann er machen, aber ich dachte, wenn ich die Maske aufhabe, bin ich unverwundbar so mäßig. Check's nicht. Vielleicht nimmt er die Maske automatisch ab, wenn sie zu nah dran ist. Wenn sie zu nah dran ist, weil, also, selber habe ich es auf jeden Fall nicht gemacht. Wäre ja völlig los. Und macht auch keinen Sinn. Ist hier jetzt das letzte Kabel oder nicht? Nö. Weil ich war es ja so, dass der Hase auch noch da war und der mir dann die Maske abgenommen hat. Also, ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Auf keinen Fall. Sehr ärgerlich, dass wir dieses, äh, dieses Ding verpasst haben, weil eigentlich hätten wir es schaffen können. Gut. Dann jetzt noch der eine, den ich vorhin gemacht habe. Der war ja eigentlich nicht weit. Hier. Schade. Ja, das war so klar. Jetzt kann ich sie nicht abnehmen und bin tot. Ich bin nicht mit der Anja vorbeigekommen. Aber ich muss sie jetzt irgendwie austricksen. Ach, du Scheiße. Vor allem, während ich dann noch dieses Rätsel löse. Hä? Wie soll denn das gehen? Ja, komm, Digga. Also, es ist ja... Jetzt kann man wieder nicht abnehmen. Warum? Aber doch, jetzt, 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 jetzt. Bro, ist das... Ist das lame. Yo, sie sind einfach gerade geportet. Gigi. Okay, ich riskiere es. Ich riskiere es. Fuck Fuck Ja, halt dein Maul, Mann Oh, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wie es gelöst werden soll Der Haas ist auch da Ja, okay, ich bin tot Nee Okay, chillig Chillig What the fuck Die Stelle ist krank Ja, finde ich auch Also das Rätsel ist super hart Ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie man es lösen soll Und du hast 10 Sekunden Das ist doch bestimmt schon falsch hier, oder? Mann, wie macht man das denn? Ach so Digga, ist eigentlich easy Junge, was ist mit mir? Einfach auf Sonderschule gewesen Einfach insane, dass ich noch lebe Geh, 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 geh Ja, komm, piss dich Ja, genau Nein, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Und jetzt kommt sie wieder Nur von wo? Von wo? Safe von rechts Ja, safe, 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 safe Ist so gottlos Mann, Chica, geh doch einfach in die Hölle Okay Sie verfolgt uns aber immer noch Okay, also fürs Erste bin ich hier sicher Nice Hat der Raum hier irgendeinen Sinn Oder soll ich einfach nur durchsteppen? Jetzt kommen wir zum Roxy Raceway Oh yeah Was ist das schön? Freut ihr euch auch, so wie ich? Ey, danke für die drei Münzen, Anvil Du darfst nicht zu nah an den Gegner ran Sonst setzt du die Maske automatisch ab Ja, das habe ich auch vermutet Weil, also ich weiß, dass ich sie selber nicht abgenommen habe Es muss irgendwas Automatisches gewesen sein Das ist dann wohl die Erklärung Kann ich da durch? Okay Chica folgt ihr hierher Also vorhin habe ich sie noch gehört Jetzt gerade höre ich sie eigentlich nicht mehr Vielleicht nur, wenn die Maske abgenommen wird Aber ich kann sie gerade eh nicht abnehmen Wirst du GTA 6 nicht schauen? Habe ich schon Bock, ja? Aber, wann kommt das raus? In drei Jahren? Naaah Okay, Musiknote, Gitarre, Stern, Blitz Musiknote Gitarre Stern Und der Blitz. Krasse neue Mario Kart Items werden hier geleakt. Man, die lügen doch ständig. No way. Ich nehme auf jeden Fall lieber den Weg. Ja gut. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber ich muss da doch durch, oder? Oder? Well. Was soll das heißen? Der Stern ist nicht aktiviert, oder was? Warum nicht? Warum nicht? Was war jetzt schon wieder das Problem? Was war jetzt schon wieder das Problem? Was war jetzt schon wieder das Problem? Neues Rätsel. Ja und wo? Ne, Maske kann ich nicht abnehmen. Also der Stern war ja aus welchen Gründen auch immer nicht aktiviert. Das Salz wird mehr. Das Salz wird mehr. Das Salz wird mehr. Das gute Adelholz. Na ja, ist teuer, aber es schmeckt mir am besten. War ich hier vorhin? Schon, oder? Du hast es geschafft, jeden Weg außer den mit den Kameras zu gehen. Was genau bringen wir die Kameras? Was? Tina, danke für die 3,50. Schönen Abend noch. Kam jetzt erst nach Hause. Wie findest du denn DLC bis jetzt? Fragt Leo. Joa, besser als das Hauptspiel, aber triggert auch hier und da. Also gewisse Probleme bleiben bestehen, dass man einfach nie großartig weiß, was zu tun ist und so. Sehr unübersichtlich das Ganze. Also das Level-Design ist schon echt ass. Das Spiel stresst ultra. Ja, ja. Das ist normal. Also. Hab ja nicht ohne Grund am Anfang rum geweint. So, dann machen wir den Spaß hier nochmal. Aber wo muss ich dann hin? Zu welchen fucking Kameras? Ein bisschen FNAF Film gucken. Ey, auf den bin ich unironisch gehypt. Ich glaube echt, der wird gut. No joke. Ach nein, ich hätte... Ja, okay. Also. Ich weiß nicht, wie wir vorhin standen. Oder bin ich sogar hier lang? Ach doch. Doch. Hä? Aber wo muss ich denn dann hin? Bin ich in diesem Raum hier? Richtig? Schnell. Sagt es mir. Aber es hat sich ja geöffnet, deswegen muss ich hier doch richtig sein. Aber hier ist doch dieser Pisser. Ach da. Ach halt dein Maul. Ja und jetzt? Warte. Ach so. Ja, okay. Lost. Als ob wir das nicht gefunden haben. Als ob... dann ist es auch noch so einfach. Halt's Maul. Irgendwie sind alle Tode maximal unnötig bisher. Bis auf der erste vielleicht. Oh boy. Der Film wird hammer safe. Ich glaube schon. Also da sind auch, so wie ich das gesehen habe, schon fähige Leute und auch... Universal published das glaube ich, oder? Ich glaube die würden das nicht nehmen, wenn es Trash ist. Ich glaube die würden das nicht nehmen, wenn es Trash ist. Also ja, dass es viel Geld einbringt, das ist klar. Auch wenn es der größte Ranz ist, aber... Ich glaube die achten da schon drauf. Also es gibt noch genau zwei Filme, auf die ich dieses Jahr gehypt bin und das ist Saw. 10 oder 11? Und... Fnaf. Ich glaube die kommen auch beide gleichzeitig raus, so mäßig, oder? Einer irgendwie im September, der andere im Oktober. Und vielleicht noch dieser andere da. Dieser Horrorfilm, der von so zwei amerikanischen YouTubern gemacht wurde. Klingt erstmal nach Trash, aber der soll angeblich richtig geil sein. Talk to me, glaube ich, heißt der. Wenn der ab 12 ist, ist er Müll. Ich glaube er war ab 16, aber ich bin mir auch nicht sicher gerade. Es gibt schon einen Trailer, schau den einfach mal an nachher. Oder... naja, eher so ein Teaser-Trailer. Aber war nicht... der war schon... nicht schlecht. Gehen wir erstmal ins Pisshaus. Hier ist gar nichts. Waren zwei Australier. Echt? Wer ist das? Hä? Wer ist das? Wer ist da? Du kannst nicht von mir schlafen. Geh! 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 Ein Ort, jetzt dziere. Geh! Gehn die Nauten für mich, um Roxy zu folgen. Geh! Geh! Die ist nahe. Yeah. Der FNAF-Film ist doch von Blumenhaus. Achso, echt? Dann habe ich das vielleicht zerwechselt. Ist schon eine Weile her, als ich den Trailer gesehen habe. Also, Roxy braucht auf jeden Fall einen Chirurgen fürs Gesicht. No hate. So, was sind denn die Knoten diesmal wieder? Ne, war auch davon dabei nicht gekommen. Ja. Sie hat keine Augen mehr. Sie achtet nur auf den Ton. War das nicht im Hauptspiel ähnlich? Also, da ist hier... Da ist hier eigentlich auch wie so eine Irre auf einen zugesprungen. Man musste die dann irgendwie austricksen. Ich glaube, da war es ähnlich. Ah, natürlich. Wieder vier. Warum? Aber alles hier in dem Raum. Oh, boy. Hallo, Hase. Aber krass. Talk to me 2 Australien. Ich dachte, es wären so US-amerikanische YouTuber gewesen. Aber jo, den will ich auch noch sehen. Sonst fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein. Und bei Saw, ja, ich weiß, ist immer das Gleiche. Und es ist peinlich, dass sie jetzt, äh, Tom und Belle schon wieder zurückholen. Aber ich habe da einfach Bock drauf, muss ich sagen. Ach, das Bild. Aha. Ja, komm. Also jetzt aber bitte nicht alle Knoten, während die Maske auf sein muss, oder? Ja, äh. The heck? Ja, ich kann doch... Hallo, ich... Was soll ich denn machen? Scheiße, er stand gerade verwenden. Kann ich dann wieder? Die Maske ausziehen, ja? Okay, Ehre. Das war gerade super weird gra... Ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt durchgekommen bin. Aber ich glaube, diese Dinger, die sind immer dafür da, um das Abnehmen der Maske wieder zu ermöglichen. Was ist das für ein Scheiß? Oh, 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 okay, okay. Gut, 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 gut. Zwei von vier... Zwei von vier. Nein, nicht... Wieso? Lass mich dahinter, du Spast. Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Das ist wirklich immer dafür da, um das wieder abnehmen zu können. Gut. Dann haben wir das schon mal gecheckt. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo die anderen Kabel sind. Ich befürchte nicht mehr hier. Und wie komme ich jetzt lebend von hier weg? Es gibt nur diesen einen Weg, oder? Nee, warte mal. Ja, doch. Ja, ich komme da gar nicht mehr durch. Ja, I'm stuck. Ach, das ist the way back. Okay, okay, okay. Und hier sind die beiden Kabel. Let's go. Oha. Oha. Eins noch. Gön. Ich hab's abgenommen! Das ist doch ein Bullshit. Was sollte das? Es war keine Gefahr in der Nähe. Dann kommt der plötzlich und zeigt mir so eine hässliche Fresse. Ich drücke auf Abnehmen und er verhindert es einfach innerhalb von einer Sekunde. Was sollte die Scheiße? Ich hab alles gut gemacht bis dahin. So eine gescriptete Betrugscheiße. Was für zu spät? Ich hab den Hurensohn gesehen und dann sofort auf... Äh, hier. Ding ist zurückgedrückt. Also schneller ging nun wirklich ne... Ah, okay. Checkpoint. Trotzdem, hier hätten wir es wirklich mal verdient gehabt, auch ohne Death. Das war so erzwungen gerade. Ja, und jetzt kann ich es auf einmal nicht abnehmen. Alles klar. Chillig. Warum ist denn hier nirgends wo so ein Deaktivierer? Das Kabel ist auch nicht da. Ich glaube, man muss erst ein Rätsel lösen. Ja, nice. Roxy kommt. Wo soll ich hin? Mit dem hat es aber nichts zu tun, oder? Ja, also wenn ich es nicht dr aloud kreibe. Das ist nur ein Rätsel lösen. Und hier ist der Rätsel lösen. Oh, ich werde das noch nicht dringend. Ich werde das nochmal dringend. Und hier ist das noch nicht dringend. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Zugang sich öffnet, wenn ich keine Maske aufhabe. Hey, wieso muss ich das jetzt nicht mehr aktivieren? Das war doch vorhin auch nicht gespeichert. Ihr Mädchen, man verliert mit jedem Tod einen Knoten. Ach nein, Quatsch. Muss ja die Maske aufhaben. Jaja. Woher kommt auf einmal Chica? War das Chica? War doch Roxy, oder? Ach, hier ist das scheiß Minigame. Mann, Pisse. Ja, okay, aber ich kann es jetzt eh nicht machen. Ich muss erst mal... Deaktivieren. Deaktivieren, deaktivieren. Komm, mach. Wieso nicht? Also, geht das Real Talk nicht? Wow. Ne, das ist ja wirklich Chica. Also, ich muss beiden ausweichen, während ich das Spiel spiele. Cool. Sehr fair. Drei Mal vorbei gelaufen? Was? Da war nichts zum deaktivieren. Kannst nichts mehr aktivieren, musstest durchziehen. Ja, also. Gottloseste Stelle bisher. Also, das muss man ja wirklich auf Hyperspeed machen. Also, los. Roxy, Chica, Schere und keine Ahnung was. Ja, das schaffe ich doch nicht, oder? Das ist Chica, glaube ich. Die Schere. Roxy. Ist jetzt schon zu langsam. Ja. Den letzten schaffe ich nicht mehr. Ziemlich sicher. Oder? Komm, gönn. Gönn! Als ob. Okay, also auf Hyperspeed Basis geht's. Ja, wie soll denn das blind gehen? Oh! Sie ist irgendwo! Hat das jetzt noch irgendwas mit Fairness zu tun? Also, jetzt sind wir auf dem Niveau vom Hauptspiel. Leider. Hä? Wo bin ich denn? Kannst du jetzt die Maske abnehmen? Ja, aber er killt mich doch trotzdem. Oder nicht? Ja doch. Also, hätte jetzt nichts geändert, glaube ich. Ernsthaft? Vor allem, ich check's auch nicht. Also, mal soll man die Maske abnehmen und dann passiert einem nichts. Und mal genau andersrum. Hä? Als ob sie da jetzt einfach rumliegt. Was? Okay. Wo sind wir jetzt? Du kannst Chica aufmuntern. Vergiss das, ich spuck auf ihren Kopf. Jetzt kommt das Finale. Ernsthaft? Ja, aber besser so, weil es ist schon... Es ist gerade schon, schon heftig. Was ist jetzt schon wieder? Aber warte, wir haben doch Freddy noch gar nicht getroffen. Ähm. Äh. Ja okay, der war einfach. Ich glaube, es fehlt nur noch Freddy. Nein, es ist Quatsch. Finale dauert noch. Äh. Jetzt hast du mir kurz Hoffnung gemacht. Ja, dich suchen wir. Bist aber trotzdem schon recht weit. Ich höre nichts. Ich hoffe, ich bin nicht zu früh. Gibt einen YouTuber, der baut BOTW nach. Wo denn? Minecraft? Unreal Engine 5? Boah, wie tief geht es hier runter? Hallo? Yo. Nice. Cool. Auf einmal Jump'n'Run. Ja, aber den Sprung schaffe ich doch gar nicht. Hallo? Wenn du was zum Essen findest, dann gib Bescheid. Aber such doch bitte da hinten. Und nicht hier. Danke. Hier hoch, du Spast! In Lego baut er das nach. Hä? In real life? Oh, fein. Hier hoch, du hast du weggekommen. Oha. Cool. Das war Scam Das glaube ich aber auch Soviel zu Bug-frei Bis um 2 Uhr noch, sag ich? Nein oder? Nein! Um 0 Uhr sind wir fertig mit dem Scheiß Schon vorher eigentlich Ich sag 23,30 Ach, oh Wie lächerlich ist das denn? Man fällt automatisch ins Wasser, sobald man dieses Rätsel gelöst hat Was ist denn das für ein Scheiß? Hardcore lächerlich Kommt der hier auch noch vor? Kann ich den sehen mit dem Maske? Achso, ich kann die Maske nicht anziehen Geil Ah ja, 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 okay, da ist er Info, später wird es noch sehr, sehr salzig Ja, das glaube ich dir Scam Will Äh, oder? Leo lag es, meine ich Ähm, danke für den Superchat Irgendwie bewegt er sich jetzt gar nicht mehr Vor Ort Aber es gibt nur diesen Weg, oder? Oh, Bro Ja, okay Ich glaube, der hört auch nichts wegen dem Wasserfall Zumindest hoffe ich das Weil ich muss jetzt im Wasser das Rätsel lösen Nice Pisse Komm, bitte, bitte nicht töten Bitte nicht töten No, 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 no No, 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 no Oh, er wird gegrillt Von Vom Strom Chillig Du bist einen Schritt automatisch zurückgegangen Ja, wie gesagt Nachdem man das Rätsel löst Fällt man ins Wasser Was halt Absolut whack ist Das kann man schon als Als Bug ansehen Weil ich glaube nicht, dass es so gewollt ist Ah Er ist tot I hope so Aber das für Chica war weird Ist die jetzt auch tot? Oder ich meine Warum liegt die einfach da im Klo? Schade, dass sie nicht mit ihrer Fresse In der Schüssel lag Das hätte ich gefühlt Gerade ist es wieder sehr scary Was kommt jetzt? Sicher gibt es den gut Ja, ja Danke für das Bild auf der Gamescom Sehr gerne Danke für Ja hier Spiel du den Scheiß Nimm Danke für das Vorbeischauen Meinte ich Chica ist glaube ich weg Aber du könntest ihr später helfen Warum sollte ich das tun? Ich bin der erste Der sie auseinander nimmt Yo, voll coole Cards Einfach Prototypen für Mario Kart 9 Also von den Rätseln kommen auch ein bisschen zu viele vor Muss nicht sein, oder? Wer kommt da? Wer kommt da? Bro Ah, okay Den müssen wir wieder weglocken Mit dem Mit dem Fake Sound Ich hoffe ich habe mich für die richtige Kamera entschieden Oh, nein Wer hätte das bloß gedacht? Ich habe keine Lust Okay, versuchen wir mal die Bier Warum reagiert die denn gar nicht? Also ich weiß nicht, ob man die Maske was bringt Wir müssen es jetzt einfach mal ausprobieren Das ist irgendwie Weil sie reagiert halt nicht Ja, cool Und wo ist der scheiß Weg? Weil sie keine Augen hat Ja, aber sie hört doch Maske bringt es nicht wirklich Ja, aber Oh, sie muss mir den Weg aufmachen Oder? So wie im Hauptgame Das darf nicht wahr sein Naja, ich weiß schon wie Also Grundsätzlich Aber ob ich dabei sterbe Das ist hier die Frage Crap Ja, komm Piss dich halt Vasたい D Things D Dance D D Aha. Man muss es aber mit den Kameras machen. Ja, aber wie denn, wenn sie nicht reagiert? Hier ist irgendwie alles scheißegal. Jetzt vielleicht? Ja, komm, 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 komm. Mach auf! Mach schon! Mach hier! Geht doch, Digga, warum... Warum hat sie mich vorhin ignoriert? Digga... Dachte sie kurz, sie wäre so ein famer TikTok-Streamer, der irgendwie seine Fans ignorieren kann, oder was war das? Wo ist sie jetzt? Ich brauch sie nochmal, ne? Oh, boy... Warte, bei den Kameras bin ich sicher, hat einer geschrieben. Stimmt das? Der Sound war vorhin zu weit weg, deswegen hat sie nicht reagiert. Na gut. Also jetzt funktioniert sie auf jeden Fall besser. Was? Ach, der Hase! Schnell! Mach auf! Ja, okay, chillig. Yo, Hase war hinter mir. Hä? Wie kann sie denn jetzt wieder da sein? Sie hat doch gerade die Tür erst aufgemacht. Bei den Kameras erzeugst du keine Geräusche. Ja, stimmt schon. Ist das hier ne Abkürzung? Ach... Ne, nur so ein Trash. Ja, cool, cool. Danke, danke, danke. Danke. Wo ist sie? Wo ist sie? Die Gegner teleportieren sich, wenn der VR Hase ruft. Ja, okay, das... Ja. Ja, ja, ja. Das erklärt einiges. Im Hauptgame konnten die ja auch teilweise teleportieren, also zumindest Chica oder... Doch, doch, Chica, was? Ja, ja, okay. Ist halt unfair, aber ja, verstehe. Hört was? Nein! Was? Ah, ist das lächerlich schon wieder. Was war das denn schon wieder? So richtig out of nowhere. War das... Ich weiß nicht, hatte ich die Maske auf? War das wegen der Maske? Nee. Was soll ich denn dann machen? Ah, ja, okay. Ich habe dummerweise versucht, zurückzulaufen. Nur leider ist man damit zu langsam. Ja, fies! Fies! Einfach stehen bleiben, wie so ein Reh im Dunkeln. Nee, nee. Ich glaube, das ist nicht sehr erfolgsversprechend. Oh, komm, leck mich doch. Die Verzweiflung in seinem Gesicht ist so mega. Ja, du bist ein Fehler. Absolut richtig. Und was für ein Fehler. Das ganze Spiel ist ein Fehler. Ja, ich weiß nicht, wie so. Gregory, ich bin in Roxy Racers. Sag etwas! Ich kann dich hören. Kannst du mich hören? Ja, ich kann. Was ist hier passiert? Es sieht, dass das ganze Ort in den Boden fallen. Es ist ein Fehler. Es ist ein Fehler, das alles zerbrochen. Und jetzt bin ich hier. Hm. Also ich weiß ja nicht, aber Hilfe oder die Polizei hat das ihr vielleicht von Anfang an holen sollen? Benni, danke dir für die 5 Münzen. Like nicht vergessen. Wie viel haben wir denn? Willst du Little Nightmares 3 auch let's playen? Ist auf jeden Fall geplant. Ich habe mich sehr gefreut über die Ankündigung. Ist es besser als das Hauptgame? Ja, ja, schon. Ist aber auch nicht schwer, muss man sagen. Jetzt wird es wieder etwas fies. Ich habe gerade was Gutes gesagt. Wir haben 1833. Oh, stabil. Vielen Dank. Was kommt? Verfolgende Roboter? Oder warte, was hatten wir denn noch nicht? Was man nochmal verwursten könnte. Nein, es sind schon über 2000. Oh, dann, äh, richtig geil. Ich glaube, wir hatten soweit alles. Aus dem Hauptgame. Vielleicht haben sie sich aber wieder was Neues einfallen lassen. Lass mich. Ja, toll. Jetzt bin ich hier eingesperrt und kann die Maske nicht abnehmen. Uff, okay. Freddy fehlt noch. Ja, das weiß ich, aber ich hatte jetzt überlegt, so an Gameplay-Mechaniken, was noch fehlt. Laser-Tag. Äh, oh. Ich erinnere mich ganz leise nur daran. Da hatte ich doch auch einen Gigabug, ne? Weiß aber auch nicht mehr im Detail, was das war. Vielleicht nochmal so eine Verfolgung von dem Riesen da. Mit der geilen Musik. Würde ich, würde ich fühlen sogar. Also, selbst wenn es unfair... Oh, ja. Ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast, aber du kommst mir auch sehr bekannt vor. Scheiße, Mann. Meine dreckigen Kopfhörer halten auch gar nichts mehr durch. Ich hau die jetzt mal weg. Ich brauch neue. Der Akku ist einfach nur schwach. Eine sehr nervige Sache kommt noch. Könnte... Könnte es dann hier ein paar Minuten brauchen oder du wirst dann eine Stunde spielen. Nein! Och, schon wieder vier Knoten, Junge. Jetzt wollen die mich aber auch quälen. Gottlos. Das war der Music Man. Stimmt, der hat doch den Riesen beschwört. Das war actually die beste Stelle in dem Spiel. Neben dem Mond. Was ist das hier für eine riesige Area? Die Knoten sind so nervig. Ja. Also, das wiederholt sich schon alles zu sehr. Und der Kack hier auch. Nervt. Alter, erlöst mich doch endlich. Wow. Ja, läuft. Zehntausend Jahre später. Endlich. Jetzt kommt ein Puzzle. Oder hast du das gemeint hier? Oh, ich glaube, ich höre den Music Man schon. Kommt der Riese echt nochmal zurück? Boah, es leckt hier voll, Alter. Ich kann leider die Maske nicht abnehmen. Ist das das Kabel? Nein. Ach, Quatsch. Ich kann die Maske nicht anziehen. So ist es. Warum? Was geht da vorne ab? Wieso leckt das hier so krass? Okay, wo sind die scheiß Kabel, Alter? Okay. Ich glaube, die verfolgen mich, wenn ich die Maske aufhabe. Sehr nice. Sehr nice. Gibt es die in jedem Raum? Wofür ist das denn jetzt wieder? Wofür ist das denn jetzt wieder? So, kommen wir auch mal zu den Kabeln? Oder was soll das hier werden? What? Ich bin wieder am Anfang. Ich habe aber nichts gefunden. Sie kommen. Ich kann doch da nicht hin. Die killen mich doch dann. Das heißt, ich muss sie alle weglocken. Ich habe nicht mal eine Ahnung, in welche Richtung ich gehen muss. Aber gut, da vorne ist der Anfang, ne? Ja, dann muss das doch alles stimmen, auch mit der Richtung. Aber ich finde einfach keinen einzigen Knotenpunkt. Und es gibt vier. Wie kann das denn sein? Was sind denn diese Dinge? Sie sehen wie der DJ. Okay. Einmal noch versuchen zu konzentrieren jetzt. Aber ich bin so, ich bin so salty. Das fuckt mich so ab. Diese Scheiße. Kommen wir jetzt wieder hier entlang? Nein. Okay. Diesmal war es richtig. Dann betet. Äh, w-was? W-w- Ja, aber warum sind denn denn noch welche übrig geblieben? Warum gehen denn nicht alle weg? Du bist ja? Are you there? Gregory, are you there? Es gehen nicht alle weg. Das ist doch die größte Scheiße. Alter, ist das Müll. Ja, da fällt mir echt nichts zu ein. Wenn hier nicht jedes einzelne Kabel gesafestated wird, dann breche ich hier ab. Das ist mir zu Gott los. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich habe hier wenig Hoffnung. Ich bin hier. Maske ab. Bruder, du kannst es nur mit Maske an aktivieren. Man muss die anziehen. Aber wurde es gespeichert? Ja, ich glaube sogar, es wurde gespeichert. Chillig. Oder? Ja, doch. Aber wie gesagt, man muss die Maske anziehen. Sonst kann man den Kack nicht deaktivieren. So. Dann Kabel 2 innerhalb der nächsten 20 Minuten. Challenge ab jetzt. Wo haben wir es denn überhaupt? Hier. Okay. Nice, nice. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar einfachere. Hoffen wir es einfach mal. Das habe ich verfolgt hier, ne? Genau, 10 Jahre später. Ah, das führt hier rein. Ja, cool. Und wie komme ich da rein? Ich stelle Timer. Jo, mach. Digga. Wie ist hier denn jetzt schon wieder der Weg? Es geht einfach in die Wand rein. Und die erwarten, dass ich das kapiere, wie man dann da reinkommt oder was. Jetzt kann man schon wieder die Maske nicht anziehen. Oh, ist das furchtbar. So, und jetzt wissen wir überhaupt nichts mehr. Aber es muss ja im Prinzip irgendwo bei den Robotern sein. Und die sind hier. Wir müssen sie also, denke ich mal, ja, eigentlich zu uns locken. Null. Wer aber drin. Okay, von da kommen sie. Ah, hier. Oh, okay. Das war sogar einfacher als das andere. Es tut weh zuzuschauen. Jo, es tut auch weh, es zu spielen. So. Aber zwei von vier haben wir. Hier ist aber noch eins, oder? Das hier irritiert mich. Was soll denn eigentlich der Scheiß? Ne, das sind Fake-Kabel. What the fuck? Wo sind die anderen zwei? Vor allem das, was einfach in die Wand gegangen ist. Was ist das? Damit auf sich hart, bitte. Was ist das hier? Was ist das hier? Was soll das hier? Es gibt keinen Weg dahin. Unter dem Tor durch. Ja, aber das ist doch komplett zu. Uh. Es gibt ein Garagentor. What? Hier in dem vorherigen Raum, oder was? Ich glaube, hier waren wir aber noch nicht. Und wir können die Maske nicht aktivieren. Yeah. Ja, aber das muss das Kabel sein eigentlich. Und das hier macht das Tor auf, oder? Ja, 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 das muss es sein. Das muss es sein. Aber dann wahrscheinlich wieder hinten bei den Drecksrobotern. Weil die stehen ja nicht so Deko da. Ist das dann hier nur zum Flüchten? Ja, anscheinend schon. Hä? Was? Was war das? Als ob ich deswegen jetzt wieder die Maske nicht anziehen kann. Ah, das ist ein Gigatrash. Ah, yo, chillig! Chillig! Die Möglichkeit, die Maske wieder abzunehmen, ist natürlich genau da, wo die ganzen Bastarde sind. Top! Ja, und die Kamerasteuerungseinheit. Sag mal, wollen die einen eigentlich komplett verarschen? Da war eine Kamera. Hä? Was? Wo? Ja. Mein Gehirn ist schon Matsch. Das hat keinen Bock mehr. So. Hoffen wir mal, dass das richtig war. Hm, nö. Außer... Wir nehmen den anderen Weg. Aber ob wir jetzt noch schnell genug sind? Bezweifle ich bisschen. Komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Wo war denn nochmal der Legitweg? Oh Gott, ich will sterben. Oder ist das hier? Nee. I want to die. Ja, hier war es. Aber jetzt sind sie safe wieder an ihrem Ort zurückgekehrt. Oder sind sie nicht? Oha. Was? Dann schnell! Wo ist das Kabel? Wo? Muss hier sein. Das da? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okay. Okay, ein Knoten noch. Sie kommen! Ach so, ah, die sind dann ja eh tot. Stimmt, 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 stimmt. Okay, gut. Einmal noch. Aber ist das hier die schwierigste Stelle und die nervigste Stelle oder kommt was noch ekelhafteres? Ich muss jetzt erstmal zurück zum Anfang, damit ich das Kabel zurückverfolgen kann. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan, wo und was wir sind. Aber wo war der Anfang? Hier. Sind die kleinen Roboter die einzige Gefahr? In dem Raum schon, ja. Hä? Noch dunkler könnte das wirklich nicht rot leuchten. Danach wird's besser. Das hier ist das Schwierigste, das hier ist das Nervigste. Oh, ja. Danke. Weil ich kann mir echt nichts Schlimmeres vorstellen. Das hier macht, ich will nicht lügen, wirklich zu null Prozent Spaß. Null. Das ist so minus. Die Idee, die sie so heftig ausgelutscht haben, in ekelhaft aufs Maximum getrieben. Das hätte man komplett rauskarten können und es wäre ja so viel besser gewesen. Jo, wir haben es nicht geschafft, hier kein einziges Mal lang zu gehen. Na egal. Eine Bowlingbahn? Nice. Okay, da sind sie. Die Kamerasteuerung ist direkt vor ihnen? Was? 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 Wie? Was? 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 Ich freue mich schon, wenn ich den von Fnaff-Filmen erfährst. Wie gesagt, von dem weiß ich und ich freue mich sogar auf den. Ich bin mir sicher, der wird tausendfach besser sein. Ja, also ich habe keine Ahnung, was mich vorhin umgebracht hat. Ich habe ja nicht mal was gemacht, also ich habe mir die Kameras angeschaut, das war's. Also ich will ja schon fast sagen Bug, aber naja. Okay. Wow. Nein. 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 Nein, nein. Nein. Wie komme ich da unten durch? Ja, das war der Fehler von Anfang an, oder? Oder? Hä? Was? Was? Wie soll das gehen? Nein. Warte, ist das doch? Nein. Ich darf nicht zwei Linien überschneiden. Ich darf das, es, es, es geht nicht. Aber es kann doch auch nicht anders funktionieren. Aber hier guck, ich kann mit dem hier, ich komme mit dem nicht durch. Es geht nicht. Geht nicht. Nein. Ich darf den nicht überschneiden, aber ich überschneide zwangsläufig immer irgendeins. Oh, er war richtig. Nein. Was labert ihr? Der Blitz muss um den Stern. Gut, dann nochmal von, so wie es vorher war. Blitz muss um den Stern. Ja, stimmt. Genau das ist es. Ja, korrekt. Das hatte ich vorher eben nicht und deswegen konnte ich das Blitz auch nicht verbinden. Ok. Joa, was hat sich Schönes getan? Joa, hat ja nur 40 Minuten gedauert oder so. Natürlich. Wenn du da ausgültest? Alles ist ein klubberes? Ja, ey! Ja, wär's! Ja, wär's! Ja, wär's! Ja, wär's! Ja, wär's! Dann? Dann sagen wir mal wieder. Dann werden wir mal Edisonen, es ist eine Musik. Dann wirst du schon mal vor. first das sind. What the hell? Das ist einfach das Spiel auf dem Weg in die Videospiel-Hölle. Das Monster-Schwirt! Lol. Scheiße, dass man das nicht mitnehmen kann. Kommt jetzt das Finale? Ich brauche Lösungen. Wir müssen jetzt eigentlich ganz in der Nähe von der Bühne sein. Das Schlimmste hast du auf jeden Fall überstanden. Gut. Da runter? Okay. Der ist am Abkotzen genauso wie ich. Aber man hört schon das Main Theme. Hoffen, das ist ein gutes Zeichen. Aber hey, es sind nur zwei. Ach, jetzt sind wir sogar in dieser Lasertag-Halle, wo wir mit Freddy waren, ne? Dann ist er hier vielleicht irgendwo. Ja doch, ich höre ihn sogar. Kann die Maske wieder nicht aufsetzen. Oh, hör auf! Irgendwo in diesem Labyrinth ist so ein Deaktivierer. Aber wo? Oh, wait! Habe ich gerade zufällig das zweite Kabel gefunden? Jol! Okay. Man darf ja auch einmal Glück haben. Aber ich glaube, ich muss trotzdem... Ja, ich sollte schnell die Möglichkeit finden zu deaktivieren. Wieso bin ich hier stuck? Meine Fresse! Soll ich jetzt auf Risiko einfach versuchen? Ne, keine Chance. Ne, 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 ne. Wo ist das denn? Oh, da gibt's keins. Und man muss diesmal auf Ernst, während der Hase hier herumläuft, das lösen. Du bist da safe? Nein! Es hilft mit Sicherheit nicht. Scheiß Dreck. Du musst das mit Maske machen. Ne, 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 ne. Okay. Dann ist er jetzt immerhin am weitesten entfernt. Dachte ich zumindest. Aber der steht da einfach rum. Ja, sau nice. Dann kann ich jetzt eigentlich nur verkacken. Oder? Es ist gar nicht so spare, maybe. Drei Sekunden und wir hätten es gehabt. Ja, dann, äh, auf ein neues. Aber bleibt er da jetzt wieder an Ordnungsstelle stehen? Dann, dann lädt er da sozusagen seinen Rage auf, oder was? Dein Plan, Mann. Auf jeden Fall, das ist nicht so schwer. Das hatten wir auch schon fast. Daran lag's jetzt nicht. Ich hätte nur noch das machen müssen, mit der Pizza. Zwei Sekunden. Schade. Oh. Ja, warte. Ja? Ja? Du bist schon okay? Bitte, die funktionale. Bitte hab Ehre. Warum war mir das klar? Ach komm! Du siehst hier nichts und sie sind scheiß. Halt die Fresse! Alter, wo ist der Weg? BTF? Nein! Was? Ja, und nun? Als ob! Okay, ich habe die Maske wieder. Die Frage ist nur, was bringt es mir? Ich bin weg hier! Schneller! Schneller! Oh komm schon! Kommt der immer noch hinter mir her? Erstmal wieder laden, das ist so geil! Tepilugia, danke für drei Münzen! Kennst du Candyland? Ne! Ist wie FNAF! Ja, dann kannst du es schon vergessen! Ist aber nur ein Fan-Horrorprojekt-Serie von GoldenEll! Ne, kenne ich nicht! Ich würde sagen, mir reicht FNAF! Freddy sieht dich mit der Maske nicht! Ah, wieder so ein Ding! Ja, man muss sich das ja immer zusammenreiben, weil wie gesagt, mal so, mal so, Maske besser, Maske schlechter! Gut! Jetzt Finale! Na dann Abfahrt! Aber war Freddy jetzt ernsthaft nur so eine kurze Sektion? Oder kommt der nochmal wieder? Vor allem wie ehrenlos, dass sie den jetzt einfach zu so einem Monster gemacht haben! Okay, was haben sie sich einfallen lassen? Ich habe jetzt echt aus verschiedenen Gründen Angst! Ist das überhaupt Gregory? Ich glaube nicht! Ich bin mir ziemlich sicher, das ist der Hase! Das war vorhin nicht der echte! Das war ein Prototyp! Nicht der echte Freddy! Ah, da muss der echte doch irgendwo hier sein! Oh, voll ins Auge! Erwartet, es hilft dir, oder? Ja, wobei... Aber hey, immerhin erlöst! Besser als das, was die anderen hier noch treiben! Finde ich! Den Kopf hat Gregory mitgenommen! Naja, in dem einen Ending, aber das Spiel baut ja auf das... Also wenn ich es richtig verstehe, auf das Ending auf, wo Gregory halt hier geblieben ist! Oder bin ich völlig lost? Es gab ja mehrere Endings! Aber es macht ja auch nur so Sinn! Mh... Er muss ja hier geblieben sein! Wo ist der scheiß Weg? Das hier ist doch ein Portal! Warum konnte ich da gerade nicht reingehen? Brauche ich sie für irgendwas? Nein! Wieso muss das so unübersichtlich designt sein? Ich check's nicht! Was soll denn das? Zum Loch... Welches Loch? Das da? Hä? Nö... Tut sich gar nix! Da ist ne Tür, durch die du nur ohne Maske kommst! Wo? Wo? Keine Ahnung! Nirgends! Zum Portal dann Maske weg! What the fuck? Ich schwöre, hier war gerade noch zu... Okay, er konnte das Signal lokalisieren! Unten ist es! Achtung! Ab hier hast du keine Verbindung mehr zum Venni-Netzwerk! Ja, danke! Besser so! Real Talk besser so! Jetzt fängst du an zu heulen! Jetzt erst! Ich heule schon seit drei Stunden! Hm! Du 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 du! Wollen wir in den achthundertsten Stock oder? Wollen wir in den achthundertsten Stock oder? Was geht denn hier ab? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie weint wegen Roxy! Ich finde nur der Rest, der war, auch zum Heulen. Was zum Teufel ist hier unten? Hä? Vielleicht ist das auch noch. Jetzt werde ich ja gar keine Übersicht mehr haben. Was ist das hier bitte? Baut das Ganze auf ein Alienraumschiff auf oder was? Was ist das hier? Irgend so ein Labor von einem Geisteskranken. Oh mein Gott. Ja, wenigstens bekommen wir zwei Geschenke. Das ist sehr nett. Hier noch das Schmerzesgeld für das Spiel. Vielen lieben Dank, Kleckser. Ich bin ein Candy Cadet. Komm, geh' deinen Candy hier. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Über eine Mutter und ein kleiner Junge, die allein in einem Kabin in den Schmerzen. Was? 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 Um... Was? 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 Du hast keine Coins mehr. Ach, dafür waren die? Wie? Okay, dann spoilert mal schnell, was die ganze Geschichte ist. Das interessiert mich jetzt schon. Anspruch. Warum? Warum sind die Anzüge? Warum haben die Anzüge in einem Schmerz? Wie in einem Schmerz. W Selbstverständlich. Warum sind die Anzüge in einem Schmerz? Wie bei einem Schmerz? Wie bei einem Schmerz. Und warum? Wer? Warum? Das ist ein Schmerz. ein weirder Ort. Zwei Fuzz-Tokens fehlen dir. Fünf gibt es insgesamt. Ah, schade. Ja, aber deswegen, äh... Haut raus. Viel zu komplex. Ja, okay. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Story ist anscheinend so super komplex und ja, über alle Teile hinweg. Zu spät, um da einzusteigen. Vor allem, ich kenne die anderen Teile ja auch nicht. Backstory von einem Animatronic. Pass auf. Ja, ich will da nicht runtergehen, aber ich muss. Ein Token ist beim Wasserfall. Das mag sein, aber mir fehlen ja ohnehin zwei. Was ist das? Ist das alles radioaktiv oder was? Warum ist das so ein Schulranzen? Ich kann die nicht mal nehmen. Kriegst gleich noch einen Token. Warte. Krieg ich dann doch alle fünf zusammen? Weil ich weiß gerade nicht, ob ich den beim Wasserfall geholt habe. Nein, oder? Aber ich komme doch auch gar nicht mehr hoch. Äh... Warte kurz. Bin mir nicht sicher. Oh, ich muss. Ich komme nicht mehr weg. Ja. Warum fragen die dann überhaupt? Hi. Hi. Was war das denn? Jetzt verfolgt er mich, oder? Ja, ist fake. Ist das fake? Gregory. What are you? I'm Gregory. Got me. Get out of here. Run! What? Cassie, can you hear me? Gregory? Is that really you? I mean, really you. I've been trying to reach you all night. I'm not at the Pizza Plex. Something's trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building maps. Just follow the instructions. Was bist du für einer? Yo. Okay, der sieht gruselig aus. Scheiße, Mann. Ich brauche eine neue Lampe. Ja, wie keep going? Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Oh nein, falsch, oder? Ja. Lauf! Komm, bitte. Bitte. Das war fake. Das Licht war fake. Alter, ist das ehrenlos. Bro, es läuft doch jeder ins Licht. Das war einfach Scam. Da war ein Geheimgang. What? Ey, aber das mit dem Licht war wirklich asozial. Die ganze Zeit musste man dem Licht folgen und dann ist es auf einmal Scam. Fühle ich nicht. Gamma höher. Ja, stimmt, ne? Obwohl wir vorhin auf die normalen Settings gestellt haben, ist es schon wieder zu dunkel alles. Einfach kein bisschen besser. Go right, right! Da, der Weg, oder was? Ne, ich gehe jetzt nochmal hierhin. Warte mal. Soll ich jetzt auf Ernst das hier lösen, während er mich verfolgt? Das kann nicht wahr sein. Ja, okay. Er macht aber auch extra langsam jetzt, ne? Ja? 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 WHAAAT?! Gibt es auch ein Gut-Ending oder ist das hier reine Verarsche einfach? Ja, das soll halt den nächsten Teil wahrscheinlich vorbereiten, oder? Das war das Bad-Ending. Aber es gibt also doch ein gutes. Okay, wie bekommt man das? Aber natürlich haben wir das Schlechte. Es ist ziemlich das Standard-Ending. Ah, jo, okay. Was muss man denn anders machen, um das Gut-Ending zu bekommen? Hast du vor, den Film zu gucken? Ja, ja, schon. Der Film wird das letzte von Scott sein. Ah, okay. Kannst du das Gut-Ending noch kurz spielen? Ja, ich weiß ja nicht, wie! Man muss in der Verfolgung einmal in die geheime Lücken kommen. Also, ich habe da noch eine Tür gesehen, als ich es einmal angesprochen habe. Aber ich weiß nicht, ob die das ist. Für ein anderes Ende musst du einmal links statt rechts laufen. Ach, was ist das denn? Beim ersten Go-Right links mit Maske. Wie findet man sowas raus? Und ich dachte schon, das mit dem Licht ist assi. Der Film wird drei Stunden dauern. Was war das? Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Äh, fürs Durchhalten des Salzes. Gerade der eine Raum war einfach nur furchtbar. Aber geschafft! Nice! Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und dann, bis morgen! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020